Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 284. Mein Name ist René und außerdem heute mit dabei der Einzige der Ware, der Basti. Gude! Und der Rest ist krank, arbeiten, im Urlaub oder meldet sich einfach nicht bei uns. Dennis, wenn du das hörst, bitte melde dich. Es ist traurig. Es ist einfach nur traurig. Nicht ganz so traurig war das Spiel gegen Hoffenheim. Ich habe es nicht live gesehen, aber zumindest danach so relativ viel an Zusammenfassung und Texten und versucht so Teile vom Spiel auch nochmal so im Nachhinein mir anzugucken. Und das war jetzt ja nicht so tragisch, wie wir das befürchtet hatten, dass das so ein die Mannschaftenheben sich gegenseitig aufspielt ist und so ein taktieren irgendwie über 90 Minuten. Schon, dass man eigentlich sagen kann, beide Mannschaften hatten Platz und haben das auch irgendwie ganz gut genutzt, oder? Ja, vielleicht täuscht dich da den Eindruck von der Zusammenfassung, weil das Spiel hatte schon gewisse Längen, sage ich mal. Und so ein bisschen, ja, trotzdem haben die es meiner Meinung nach so ein bisschen neutralisiert. Also, du hast halt gesehen, dass deine Mannschaft auf dem Platz stehen mit der Eintracht, die ihre bewährte Taktik, will ich es jetzt schon mal eigentlich schon nennen, weil die jetzt längere Zeit angewandt wird, sehr, sehr tief zu stehen. Und dann hast du eine Hoffenheim-Mannschaft, die das gezeigt hat, was wir uns erhofft hatten, dass die nicht so stabil sind wie die Jahre zuvor auch. Und denen ist gegen dieses Ballwerk von Eintracht überhaupt nichts eingefallen. Also gar nichts. Die hatten sehr, sehr viel Ball besetzt, sie haben sehr, sehr viele Pässe gespielt. Ich glaube, ich habe mir das aufgeschrieben, Hoffenheim hat, glaube ich, 563 Pässe zum Mann gebracht und wir 191, also dreimal so viel. Aber die waren jetzt nicht unbedingt dadurch gefährlicher. Das heißt, sie konnten durch diese Pässe nichts kreieren. Und die Eintracht hat das Zentrum echt gut durchdicht gemacht. Es gab immer mal wieder ein paar Situationen bei außen, aber so wirklich gefährlich war Hoffenheim nicht, außer als wir sie einem eingeladen hatten, als Radetzky da. Oder eine kurze Unsicherheit hatte, was Sandro Wagner dann Gott sei Dank nicht nutzen konnte. Aber ansonsten war, ja, es war ein komisches Spiel irgendwie. Gut, ich war auch im Stadion, das heißt, ich habe natürlich, um hier taktische Analysen zu präsentieren, nicht die beste Sicht gehabt hinter dem Tor. Und mit den ganzen Weißweinen und alles. Aber so, ja, wenn man es so ein bisschen runterbricht, würde ich sagen, dass das Unentschieden wahrscheinlich gerecht ist, aber trotzdem unglücklich für uns ist. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Also ich habe da jetzt sehr viele unterschiedliche Geschichten gelesen. Klar, das eine sind erstmal so die reinen zackten Zahlenfakten. Zackten, das sind das Wort. Sendungstitel. Es geht um Zackten, 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 Zackten. Großartig. Wenn man sich mal die reinen Zahlenwerte da anschaut, dann war Hoffenheim, zumindest was das angeht, die spielbestimmendere Mannschaft. Sie hatten wesentlich mehr gespielte und ankommende Pässe. Sie hatten wesentlich mehr Torschüsse. Da muss man aber auch sagen, dass von diesen 13 Torschüssen, die sie aufs Tor abgefeuert haben, ich glaube, 10 oder 11 irgendwie schon weit vor dem 16er waren, weil ihnen halt einfach absolut nichts, wie du schon sagst, eingefallen ist. Die Eintracht hatte eine nach wie vor sehr stabile Abwehr, stand sehr tief, hat gerade in der Mitte nichts zugelassen. Und das Einzige, was denen halt eben eingefallen ist, ist irgendwie dann mal so aus 25 Metern da so in Richtung Tor zu schießen. Da fehlte natürlich so einiges an Kreativität. Also wenn du danach gehst, war Hoffenheim schon so die klar spielbestimmendere Mannschaft. Aber so in vielen Zusammenfassungen, Mitschnitten, die man gehört hat, war das vom Spielerischen und wer am Ende so ein bisschen die Nase vorn hatte, eigentlich die Eintracht diejenige gewesen wäre, die es hätte machen müssen am Ende des Tages. Sehe ich eigentlich auch so. Ich hatte dann nur im Stadion, war das wohl dieser Faktor, du hast gesagt, ja okay, also ich hatte in der zweiten Halbzeit im Stadion das Gefühl, dass die Eintracht so ein bisschen drum bettelt. Weil Hoffenheim ständig, die waren nicht gefährlich, aber du hast halt ständig immer wieder den Ball verloren. Das heißt, die Eintracht, glaube ich, in der zweiten Halbzeit 30 Prozent Ballbesitz gehabt. Und du hast irgendwie das Gefühl gehabt, ja gleich fällst, gleich fällst. Und dann ist es aber alles nicht gefallen. Und dann habe ich dann auch irgendwann gedacht, boah, bitte Leute, jetzt zieht es durch. Dann hatten wir noch ein, zwei gefährliche Konterchancen. Rebic hatte eine gute Chance. Dann wurden wir auch einmal zu Unrecht zurückgepfiffen. Das war meiner Meinung nach kein Foul von Jovic da. Das war sogar nach dem 1-1 noch, glaube ich. Ich glaube, ja. Ja, auf jeden Fall muss man, wir müssen jetzt mal ein bisschen strukturieren, erste Halbzeit auf jeden Fall, war die Eintracht meiner Meinung nach echt gut. Und ich glaube, die Taktik, dass die Eintracht so ein bisschen sich zurückgezogen hat, lag natürlich auch daran, dass wir in Führung gegangen sind. Wir reden jetzt mal am besten über das Schor von Boateng, was geil gemacht war. Was ja natürlich aber auch aus dem Fehler von Hoffenheim entstanden ist. Dieser Fehlpass von Rupp hat Boateng super antizipiert, weil du siehst das. Du siehst, dass er genau mit diesem Pass rechnet und diese zwei Schritte in diesen Passweg reinmacht. Und dann sieht er, dass Baumann vom Tor steht und dann haut er das Ding rein. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Taktik der Eintracht auch deswegen so ein bisschen so war. Weil wenn du da auf 1-0 in Hoffenheim führst nach 13 Minuten, ist es klar, dass du erstmal ein bisschen chillst. Also du gehst da in Führung und dann probierst du erstmal das Spiel so ein bisschen zu berühren. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und dann das Nächste, was mir chronologisch im Kopf geblieben ist, war dann wieder, das war wieder dieser typische Kacinovic, was ich hier mindestens einmal die Woche sage. Als er da auf rechts außen angespielt wird, echt in einer aussichtsreichen Position ist und dann diesen Schlenker nach innen macht und dann wieder überhastet abschließt, wo der Ball dann mit dem linken Fuß schießt, ist er glaube ich drei Meter links am Tor vorbei. Ja, der Ball dreht sich noch so ein bisschen, aber halt eigentlich auch erst zu spät. Also wie du schon sagst, überhastet, da hätte man, er hätte den Platz gehabt, den Ball in Ruhe nochmal, den Kopf auch hochzunehmen und zu gucken, weil da stand Baumann auch wieder so ein bisschen weit vorm Tor. Also da hätte man vielleicht auch damit nochmal so ein bisschen was machen können. Direkt abschließen auch, weil der hatte den Platz. Er hätte auch durchziehen können auf der rechten Seite und mit seinem rechten Fuß irgendwie ins kurze Eck probieren können. Zumindest dann wäre vielleicht ein Eckball rauszukommen. Aber bei Gacinovic beobachte ich das halt. Also der hat genau diesen Schritt gemacht, den wir wollten. Der ist eigentlich zu einem gestandenen Bundesligaspieler geworden und das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Der ist auch ein Spieler, der mir von so einer Einstellung her gut gefällt und der auch nicht so ein großer Showmaker ist, was du ja auch brauchst bei uns in der Mannschaft. Also das ist so ein kleiner, zuverlässiger Spieler, den ich sehr, sehr gerne sehe, zu dem ich ja auch immer irgendwie gehalten habe. Aber was immer bei ihm noch fehlt, aber ich sage es ja auch immer wieder, wenn er das noch hätte, dann ist er wahrscheinlich bald weg. Aber die Kröte würde ich gerne fressen, wenn er das kriegt, weil dann ist er trotzdem noch eineinhalb Jahre vielleicht bei uns. Aber diese Situation, weil das können manchmal entscheidende Situationen sein. Wir hatten das auch einmal in einem Heimspiel, das war glaube ich gegen Stuttgart, wo er den Ball von Allaire rübergespielt bekommt, bevor das Fallrückziehertor fällt. Wo er da quasi auch in derselben Situation, wieder über rechts, wieder in Aussichtsrechterposition und dann ist er zu überhastet, dann fällt er glaube ich noch hin und dann schießt er so komisch. Und das war ähnlich, das ist halt ärgerlich, weil wenn du da 2-0 führst, dann wäre das aufgegangen an dem Tag. Wobei man durchaus sagen muss, er war jetzt, gerade was so die Übersicht angeht, war er jetzt nicht der Einzige, ich erinnere mich, aber da springen wir jetzt auch chronologisch wieder so ein bisschen. Das war auch ziemlich so gegen Ende, wo Rebic nochmal diese Chance hatte, wo er dann auch den Abwehrspieler mit so einem Ausfallschritt dann da einfach stehen lässt und den Ball dann da quasi auch direkt auf Baumann dann schießt. Da hätte er halt auch einfach mal hochgucken müssen, weil er war ja ganz links, in der Mitte waren nochmal 2 Abwehrspieler von Hoffenheim, die glaube ich auch Garcinovic an der Stelle nochmal so ein bisschen gedeckt haben, aber ganz, also auf der rechten Seite stand Boateng quasi komplett frei. Also er hätte das Ding quasi einfach nur hoch über die Abwehrreihe drüber chippen müssen, weil alles hat sich zu ihm und zu dem Ball orientiert und Boateng hätte das Ding quasi hinten ins leere Tor einschieben können, weil bis Baumann sich rumgedreht hat, ist der Ball halt schon quasi drin. Da fehlt halt auch einfach die Übersicht. Also da hättest du auch mehr aus dieser Situation einfach eigentlich draus machen müssen. Wie du schon sagst, wenn er das 2-0 fällt, dann ist am Ende des Tages halt auch der Drops gelutscht. Stattdessen kriegst du in der 90. oder 91. dann diesen blöden Freistoß da für Hoffenheim, die den da halt auf der Außenbahn aufführen, wo ich mich fürchterlich dann über einen Wolf aufgeregt habe, weil der trabt da so ganz gechillt in diesen Passweg rein, den du halt einfach siehst, dass der da gleich reinspielt, weil Gnabry läuft auf der Außenbahn schon. Da läuft er da so rein und versucht dann so ganz entspannt irgendwie den Fuß reinzuhalten, was nicht funktioniert. Und trabt aber auch mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der er versucht hat, in diesen Passweg rein zu spazieren, trabt er hinter einem Gnabry halt auch her. Wo ich mir halt auch denke, also so gut du offensiv bist, Wolf, aber an deiner Defensivarbeit, da musst du noch ein bisschen arbeiten. Ja, aber da muss man ihn, glaube ich, ein bisschen entschwitzen. Er ist halt auch kein Rechtsverteidiger. Das ist halt auch so dieser Situation geschuldet, dass eben Chandler und da Koster, das ist auch wieder so eine typische Eintrachtnummer, dass zwei Rechtsverteidiger sind, die beide eigentlich ganz gut sind. Ja, die sind jetzt beide verletzt. Natürlich ist er kein Rechtsverteidiger, aber du bist ja in der 91. Minute. Du führst 1-0. Du musst das Ding vielleicht noch maximal eine Minute irgendwie auf dem Platz durchhalten. Dann kriegt der Gegner da diesen Freistoß. Mein Gott, da schmeiß ich mich doch mit Mann und Maus in jedem Ball, den ich auch nur am entferntesten sehe. Egal, ob ich Rechtsverteidiger bin oder nicht. Ja, ich bin da bei dir. Ich wollte es jetzt auch nicht komplett relativ hin. Dieses Gegentor ist halt auch übel, weil ganz ehrlich, ich will es auch anmerken, das sollte ich jetzt auch nicht nochmal Entschuldigung anhören, aber ganz ehrlich, Felix Zweier, ich höre bei Kolinas Erben immer, ein Schiedsrichter hat eine gute Leistung, wenn er bei seiner Linie bleibt. Das ist immer so eine Ausdrucksweise, wo du dann sagst, wenn der Schiedsrichter das ganze Spiel bei seiner Linie bleibt, dann kann man die Entscheidung nachvollziehen, blablablub und dann passt die gewisse Entscheidung, passt dann zu der Entscheidung, blablabla, egal. Ganz ehrlich, der hat bei uns, bei den Freistoßen so rumgemacht, so sehr, wenn es auch nur zwei Meter, nee, 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 gehen Sie zurück, gehen Sie zurück. Der hat fast den anderen Spieler auf die Tribüne geschickt, gesagt, ich mache den Freistoß von zu Hause aus. Bei denen, die führen ihren Freistoß zehn Meter vom Ort des Geschehens aus. Zehn Meter hat er gar nichts, das hat ihn gar nicht interessiert. Also sorry, das ist mir auf jeden Fall sauer aufgestoßen. Ja, nachvollziehbar. Und nicht seit dieser Freistoß, der zehn Meter weiter ausgeführt wurde, es war nicht mal ein Foul, also doppelt, doppelt unglücklich. Und dann, natürlich ist es keine Entschuldigung, aber dann fällt das schon nicht, ehrlich gesagt. Und in der 20. Minute war es, glaube ich, bei Gatschenwitz, das war auch kein Abseits. Das sind Kleinigkeiten, das sind keine spielentscheidenden Szenen, aber das sind in Spielen, wo es so 50-50-Spiele sind, was wir immer sagen, wie wir die immer haben, kann das einen Ausschlag geben. Aber wo ich auch noch, was ich vergessen habe vorhin zu sagen, was ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, die Spielweise der Eintracht, die sorgt dafür, dass, was du vorhin gesagt hast, dass man eben diese Situationen, wo er auf Boateng hoch hätte spielen können, die Eintracht muss in diesen Situationen noch mehr griffiger werden, die muss noch mehr Killer-Instinkt haben. Auch dieser Übersteiger von Rebic, als Jovic ihn, glaube ich, rübergespielt hat, auch meiner Meinung nach zu spät schon, und dann übers kurze Eck schießt mit seinem linken Fuß. Das ist gut gemacht und ist auch nicht schlimm. So Chancen kannst du auch so nehmen, wenn du irgendwie zehn Chancen im Spiel hast. Keine Ahnung, wie eine Top-Mannschaft. Die Eintracht muss aber die Situation konsequenter ausspielen, weil du kriegst nicht so viele Chancen und wenn du drei Chancen von hoher Qualität hast, muss die Eintracht echt eine Quote erreichen, dass sie 200 Prozent, dass sie die reinmachen. Weil mit dem zweiten Tor, egal wann es gefallen wäre, hätten wir dieses Spiel gewonnen. Weil die Defensive steht bombenfest gerade. Wir sind, glaube ich, die drittbeste Abwehr. Ja, sind wir. Es muss noch ein bisschen, auch von anderen Spielern, außer von Rebic und Aller, und jetzt der Prinz ist Gott sei Dank dazugekommen, das, was wir uns letzte Woche gewünscht haben, dieser Prinz-Moment. Es muss vielleicht auch noch einer dazukommen. Gacinowitsch, Wolf, Stendera, die müssen irgendwie so ein bisschen auch diese Entlastung schaffen. Weil du hast zum Beispiel gesehen, in der Hoffenheim ist teilweise mit drei Mann auf Rebic draufgegangen. Also sie sind mit drei Mann auf den drauf, weil die gedacht haben, okay, Aller und Rebic sind wahrscheinlich die einzigen, die Tore schießen können. Die Eintracht muss so ein bisschen mehr eine Streuung finden, dass auch andere Spieler gefährlich sind. Alleine nur deswegen, damit die Leute unsere torgefährlichen Spieler nicht ausschalten können. Aber gut, das ist auch bei uns Klagen auf hohem Niveau, weil ich glaube, was wir auf dem Spiel mitnehmen können. Und die Eintracht ist, Stand jetzt, die Eintracht ist, Stand jetzt eigentlich, gehört die zu einer Spitzengruppe der Bundesliga, ehrlich gesagt. Weil Hoffenheim ist eine gute Mannschaft, die haben auch 20 Punkte, die stehen gut da, die haben überzeugende Leistung schon die Saison gebraucht und die Eintracht fährt da hin. Und es erscheint uns allen wie selbstverständlich, dass die denen da Paroli bieten beziehungsweise wahrscheinlich noch einen Tacken besser sind. Das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug bewerten, ehrlich gesagt. Also immer der Tatsache, und ich werde es hier jede Woche euch daran erinnern, dass unsere beiden besten Mittelfeldspieler immer noch nicht da sind. Also das ist, kann man nicht hoch genug bewerten, ehrlich gesagt. Die Eintracht ist taktisch flexibler geworden. Wir haben, dort haben wir gefühlt für mich mit einem 3-5-1 gespielt. Also das ist ja klar, war es wieder eine Fünferkette, aber so von der Ausrichtung her. Ja, also es war mal irgendwie ein 3-5-2, dann hattest du mal irgendwie so ein 3-4-1-2. Also die Aufstellung hat mich sowieso ein bisschen ja verwundert, dass er Haseba am Anfang auf der Bank gelassen hat und dann mit so einer Mischung aus Boateng und Stendera mal auf der 8 und Gacinovic auf der 10 und dann Boateng alleine auf der 8 und Stendera und Gacinovic da auf der 10. Also fand ich aber auch, war ein ganz ordentlicher Move, das so zu machen, weil es, glaube ich, vom System her einfach ganz gut gepasst hat. Aber was man schon, wie du schon sagtest, feststellen kann und was auch, ich glaube, heute war der Beitrag im Kicker von Kovac, oder war der gestern, ich meine heute, wo er halt auch diesen Punkt anspricht, den du auch genannt hast. Wir verlieren vorne einfach zu viel Bälle, also während das Mittelfeld quasi gerade so am Nachrücken ist, verlieren die Stürmer oder die Offensivkräfte vorne halt den Ball und der Gegner ist im Konter, während wir halt aus dem Mittelfeld heraus in dieser Vorwärtsbewegung sind und dann hast du halt diese große Lücke zwischen Mittelfeld-Offensivkräften und der Abwehr, die der Gegner halt einfach bespielen kann. Wir hatten bislang in vielen Spielen das Glück, dass der Gegner es nicht geschafft hat, eben genau diese Räume zu bespielen und uns da in die Probleme zu bringen. Aber wenn du mal einen hast, der das halt kann und da kommen ja jetzt vielleicht auch demnächst so die ein oder anderen Gegner, dann wird das halt dann schon eine ganz andere Nummer an der Stelle einfach. Ja, das hatten wir auch letzte Saison, äh, letzte Woche haben wir es ja auch gesagt, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, die Eintracht kriegt keine Ruhe in so Passstoffetten. Also du hast das Gefühl, die Eintracht, ja, ich habe jetzt irgendwo gelesen, die Eintracht sind die Lilien 2.0, das hat mir überhaupt nicht gepasst. Ja, ja, also von wegen, dass wir Lilien 2.0 sind in dem Sinne, dass wir erstmal tief stehen und dann ein Nadelstirchen nach vorne setzen, so wie Darmstadt das gemacht hat. Ich will aber da ein bisschen was anderes bevor sich das durchsetzt, will ich gerne, dass wir quasi vielleicht eine internationale Variante, Variante von Atletico Madrid sind und dass Niko Kovac Diego Simeone ist und wir ein paar Asis auf dem Platz haben, die mit Messern auf den Platz gehen. Ich will, bevor sich Lilien 2.0 durchsetzt, soll sich lieber Eintracht Atletico durchsetzen oder irgendwas. ich glaube, da wird man auch uns nicht gerecht, weil die Eintracht trotzdem auch in gewissen Situationen echt eine spielerische Qualität hat. Diese Spieler, die da auf dem Platz stehen, das ist, die Eintracht hat sich heimlich, still und leise tatsächlich eine geile Mannschaft zusammengestellt. Da sind geile Kicker dabei und die können in gewissen Situationen... Die machen das nicht immer, weil die auch in diesem Korsett, was ich trotzdem auch gut finde, ehrlich gesagt, ich finde das Korsett ganz gut, weil es uns trotzdem so eine Sicherheit gibt und ich glaube, das gibt auch den Spielern Sicherheit, die dann wissen, okay, dann spielen wir halt 0-0. Also, wir können auf jeden Fall aber hinten nicht viel Toro kassieren und vorne immer was machen und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann hat sich mit diesem 1-1 und so, das war sehr, sehr ärgerlich und ich bin so abgefuckt gewesen. Aber wenn man es jetzt mal ein bisschen Abstand betrachtet, haben sich da die späten Tore in Hannover, Stuttgart, Bremen, jetzt hat sich es halt mal ein bisschen in die andere Richtung gedreht für uns. Also, wir hatten jetzt zwei Spiele in Mainz und in Hoffenheim hatten wir jetzt zwei Spiele, die wir eigentlich hätten gewinnen können, haben es leider nicht gemacht, aber wenigstens haben wir es auch nicht verloren. Ich glaube, wir stehen ganz gut da. Mit einem Punkt kannst du da ja, wenn wir im Vorfeld gesagt hätten, wir nehmen da einen Punkt mit, dann werden wir halt auch alle hoch zufrieden gewesen. Klar, wenn du dir das Spiel jetzt anguckst, dann ist die Wahrnehmung da ein bisschen eine andere. Man muss halt auch gucken, wie Hoffenheim gerade so in der Tabelle steht und dann halt zu sagen, hey, wir haben da noch einen Punkt mitgenommen, wo du in Jahren davor eigentlich sicher gewesen wärst, dass du am Ende fast noch zwei Stück kassiert hättest, anstatt dann nur einen Punkt irgendwie mitzunehmen. Muss man schon sagen, ist das auch vollkommen in Ordnung. Wir haben die zweitbeste Abwehr bislang in dieser Saison. Die Offensive kann noch ein bisschen nachlegen, aber die steigert sich ja auch immer so ein Stück für Stück. Wir stehen auf Platz sieben. Wir haben eigentlich alles das, was jetzt erstmal so ist, so ruhige Saison, nachdem die Mannschaft so den kompletten nochmal Umbruch hatte, viele neue Spieler dazugekommen sind. Wie du schon sagst, wichtige Spieler einfach fehlen. Also wenn du das alles zusammenzählst, können wir uns echt an keiner Stelle beschweren. Können wir auch nicht. Aber trotzdem, wir sind emotionale Fußballfans. Ich habe trotzdem, ganz ehrlich, die haben zwischenzeitlich die Tabelle eingeblendet, die andere war zwischenzeitlich Dritter. Da wurden mir ganz kurz auch schon ein bisschen schwindelig, ehrlich gesagt. Das liegt aber an dem vielen Weißwein, Basti. Nee, also ganz ehrlich, Dritter Platz wäre schon ein Kracher gewesen, ehrlich gesagt. Ja, das wäre so, das wäre schon geil gewesen. Also das ist schon, das Ding ist, diese Mannschaft, sagen wir es mal so, du hast ja gesagt, wir können mit einem zufrieden sein. Und ich bin nicht eigentlich auch. Ich bin seit Wochen, unsere Zuhörer, nervt es teilweise, zumindest die neutralen Zuhörer, weil die denken, dass wir mit mir rummeckern, ist es für sie unterhaltsamer. Ist mir aber ehrlich gesagt egal. Wir können zufrieden sein, aber was ich trotzdem anmerken will, diese Mannschaft spielt nicht am Limit. Also es ist nicht so, dass du sagst, wir spielen so eine Saison wie Augsburg zum Beispiel, bei denen dann alles passt und deswegen stehen die so gut da. Und die konzentrieren sich immer und haben ein bisschen Glück. Das sehe ich nicht. Ich glaube, die Eintracht kann diesen Step nach Hoffenheim zu fahren und zu sehen, okay, denen fällt heute nichts ein, wir gewinnen da 2-0. Den kann die noch gehen und der ist nicht so groß. Der ist nicht so groß, sondern das ist das, was Kovac gesagt hat. Ein bisschen mehr Ballsicherheit im letzten Drittel, ein bisschen mehr Griffigkeit von Gacinovic zum Beispiel. Und dann funktioniert das, weil du hast mit Boateng auch jemanden, der sehr solide spielt, der ordnet, der du siehst auf dem Platz, er ist eigentlich trotzdem der Chef auf dem Platz. Er arbeitet, also er hat nicht diese Bruder-Leichtfußsache, die ihm vielleicht viele Leute vorwerfen, dass er so ein schönes Wetterfußballer ist, auch gar nicht. Der ist ein richtig geiler Mittelfeldspieler, der jetzt auch noch torgefährlich wird, aber der auch noch nicht bei 100% ist, der spielt auch erst jetzt ein paar Spiele wieder in der Bundesliga, muss sich auch erst wieder eine andere Härte gewöhnen, als es in Spanien ist. Hat der ja auch selber gesagt und ich glaube, wenn er jetzt nochmal, wenn er im Winter nochmal im Trainingslager dabei ist und dann kommen noch mehr Leute, die Eintracht ist noch nicht, also dieses Potenzial, was die Mannschaft hat, ist noch nicht ausgeschöpft und trotzdem läuft es zu gut. Das macht mir ehrlich gesagt Hoffnung und gibt mir aber auch dieses latente Gefühl, diese latente, ja dieses zwei Herzen in einer Brust schlagende Gefühl, dieses, oje, oje, wir können dieses Jahr wirklich in den Europapokal kommen, wir können wirklich in den Europapokal kommen und dann lese ich Interviews mit Rebic, der das auch sagt und da fängt der dann wieder schon wieder das Ding an, das will man sich gar nicht vorstellen, wenn man am Ende vielleicht traurig ist, aber das Problem bei der Sache ist, wenn ich das rational betrachte, das ist auf jeden Fall drin, gerade bei dieser Ausgeglichenheit der Bundesliga, aber diese Ausgeglichenheit kann natürlich auch dafür sorgen, dass wir in einer kleinen Krise direkt wieder nach unten gespült werden. Also von daher, es bleibt spannend, wir haben die ganze Zeit gesagt, wir sind nach den und den Spielen schlauer, finde ich auch, dass wir schlauer geworden sind, weil am Anfang der Saison konnten wir gar nichts einordnen, da haben wir gesagt, keine Ahnung, was hier abgeht und du darfst auch nicht vergessen, dass wir so gut dastehen, trotz dieser Durstschreck am Anfang. Das stimmt. Also das darf man auch nicht vergessen, dass wir trotz diesem komischen Auftakt stehen wir da, die Stimmung in der Mannschaft ist gut, hinter soll vielleicht nochmal nachgelegt werden. Ich habe heute gelesen, dass Valerio auf irgendeiner schwarzen Liste steht bei Real Madrid. Alles ist noch irgendwie, kann viel passieren, aber was wir bis jetzt, glaube ich, festhalten können, dass die Eintracht eine gute Saison spielt, dass sich viele Hoffnungen in einzelne Spieler von uns bestätigt haben und dass Kovac auch ein geiler Trainer ist, der es hinkriegt, dass die Mannschaft von den Einstellungen her und von der Konzentration her sich verbessert hat. Er selber weiß die Sachen, die er noch verbessern muss, das ist auch wichtig, weil er lässt sich hier nicht feiern, so von wie ha 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 und kokettiert mit anderen Feiern. Sondern es ist momentan alles gut und die Stimmung in Hoffenheim im Auswärtsblock war auch wieder überragend. Das war so laut da gewesen. Ja, also ich bin momentan zufrieden, immer mit der Aussicht, dass wir natürlich überhaupt nicht wissen, wo die Reise hingeht. Gerade wenn wir jetzt gleich über das nächste Spiel reden, das ist wieder so ein Spiel. Von daher, abwarte. Bevor wir über das nächste Spiel reden, musst du mir nochmal, du hast ja gerade eben schon angesprochen, die Stimmung im Stadion war gut, aber das lag doch bestimmt einzig und allein an eurem Plakat, oder? Was hast du gesagt? Was ist die Stimmung? Die Stimmung im Stadion war gut, aber das lag doch sicher einzig und allein an eurem Plakat, mit dem ihr es ja auch wieder in die Elffreunde-Spieltagszusammenfassung geschafft habt. Grüße. Ja, und Deutschlandfunk-Sport hat es auch. Stimmt, Deutschlandfunk-Sport auch. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Stimmung war allgemein auch ohne das Plakat sehr, sehr gut. Eine lustige Geschichte, wie wir das da reinbekommen haben. Weil ein Banner wurde uns entwendet. Und ihr hattet rein zufällig ein zweites. Genau. Und ich erzähle es jetzt, glaube ich, einfach. Ich weiß, da kann, glaube ich, nichts passieren. Auf jeden Fall, mein Freund, dass wir einen Grüße an der Stelle haben. Und ich habe uns Folgendes ausgedacht. Er tut die Tapete einfach an den Unterschenkel. Und ich bin dann zum Ordner gegangen. Der sah sehr nett aus. Der war auch sehr nett. Man muss ganz ehrlich mal ganz kurz, eine kurze Randnotiz sagen. Die Leute in Hoffenheim, die sind alle sehr, sehr nett. Ändert nichts an meiner Meinung. Da wurde ja auch viel für die Regionen getan. Genau. Also das merkt man. Den Leuten dort geht es gut. Auf jeden Fall bin ich dann zu diesem netten Ordner gegangen und habe gesagt, hier, mein Bruder kommt gleich. Der hat eine Verletzung am Bein. Bitte den nicht so hart da kontrollieren am Bein. Dann sagt er, das ist kein Problem. Wo ist er denn? Dann sage ich, hier, da hast du kommen her. Hat der ihn quasi gar nicht kontrolliert. Ich habe mir gedacht, das war auch ein bisschen einfacher. Ich habe mir gedacht, wenn jeder Terrorist zum Ordner geht, dann sage ich, hier, mein Bruder, der hat was am Bein. Alles klar, geht durch. Ich werde natürlich, ich hoffe, im Ordner passiert nichts, weiß auch keiner, wer es ist. Aber so haben wir es auf jeden Fall reingekriegt. Ja, war halt ganz lustig. Aber es lag natürlich nicht, die Stimmung war nicht gut wegen dem Banner, sondern die Stimmung ist in Hoffenheim allgemein immer gut, weil es Weißwein gibt und es nicht so weit ist. War auf jeden Fall wieder ein Heimspiel dort. Über 90 Minuten, richtig geile Stimmung. Ja, bis auf den kleinen Schönheitsfehler da am Ende. Und eine kurze Randnotiz für mich persönlich, weil es mir in Hoffenheim immer passiert, immer. Ich weiß, ich glaube, das fünfte Mal dort. Es ist mir immer passiert. Ich gehe aus dem Stall raus, verliere meine Jungs, weiß, wo der Parkplatz ist, weil wir parken immer an der Tankstelle da. Und ich gehe immer aus dem Gästeblock raus, denke, ich muss ein Stück nach links und dann geradeaus. Und ich lande immer auf dem falschen Parkplatz. Ich finde diese Tankstelle nie mehr. Dann müssen meine Jungs mich vom Stall abholen. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich kann das aber auch gar nicht verstehen. Ich fahre irgendwann mal im Hellen alleine dahin und schaue mir das genau an, weil da ist es ja immer meistens dunkel. Ich weiß nicht ganz genau. Der Alex, grüße nochmal, der hat mich dann Gott sei Dank da eingesammelt. Ich weiß, ich raffe es nicht. Ich raffe bis heute nicht ganz klar, wie das zustande kommt. Auf jeden Fall, es ist trotzdem, man kann so offen am Stimmen, wie man will und steht zu dir nicht ganz positiv. Es ist trotzdem, das rausgerechnet, eine schöne Fahrt, weil du hast halt trotzdem keinen wirklichen Heimsupport, der dir entgegensteht, sondern du fährst da hin und da ist halt geile Stimmung. Das hört man im Stadion auch, das hört man am Fernseher. Die Spieler hören das. Das kann schon diese ein oder anderen Prozent freisetzen. Hat es auch getan. Leider hat es nicht gereicht, aber auch wenn ich kurz mal echt mich gefreut habe, bis wir Dritter sind, aber wir können uns, glaube ich, nicht beschweren. Gab es denn sonst noch irgendwie Reaktionen zu dem Plakat oder wie war das so mit dem angesprochenen, mit den vielleicht anfängenden Sprüchen über die Familie von Herrn Hopp? Gab es da was? Anfängende Sprüche? Naja, mit Hopp, du Sohn, einer, ne, ne, ne. Ja, also die gab es nicht. Die Eintracht-Fans singen meistens immer dieses Dietmar Hopp, Dietmar Hopp, wir scheiß nicht auf dein Geld, wir machen aus der SAP den größten Puff der Welt, was jetzt, glaube ich, nicht so schlimm ist, hätte ich gesagt. Also finde ich nicht. Ansonsten gab es da nichts Dramatisches. Ein Banner gab es noch von jemand anderem, das ist Hopp, du Holzhuse. Also das sollte der Herr auch aushalten können, Holzhuse. Genau, da gab es dann aber, das hat uns ein Hörer weiter gereicht, dass da auch wieder jemand einen Beitrag unter, oder einen Kommentar unter den Beitrag der Eintracht bei Facebook geschrieben hat, warum sich denn die Herren Fischer, Bobbett Schübner, Franzis Schäfer, Roth und Schneider nicht den Mumm haben, sich vor die Kurve zu stellen, um sowas zu verhindern. Also ganz ehrlich, da hört es bei mir auf. Und da kann ich diese ganze Diskussion auch gar nicht mehr ernst nehmen. Hurensohn hin und her, aber wenn da steht, Hopp, du Holzhuse, will ich mit keinem diskutieren, der soll weg. Was ist mit den Leuten? Ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, das machen die nur, um zu provozieren, deswegen versuche ich zu ignorieren, weil überhaupt, du Holzhuse, weiß ich nicht, ob man da, also wenn wir darüber anfangen zu diskutieren, ja dann bleibe ich bald zu Hause. Also sorry. Ja, also es ist schon. Ich habe auch schon Kommentare, ich habe auch so ein paar Nachrichten bekommen, das ist trotzdem bisher ein Aufruf zu Gewalt. Ach meine Leute. Was ist heute, wo es ein Aufruf zu Gewalt ist? Nein, was ich geschrieben habe, Slap it like it's hopp. Es ist doch trotzdem lustig gemeint, es ist eine Anspielung auf einen Song und ich habe gedacht. Ich wollte gerade sagen, also den kriegt man doch hin, also wenn man jetzt nicht irgendwie die letzten Jahre unter dem Stein gelebt hat, dann kriegt man den noch hin. A, das und B finde ich nicht schlimm. Also ich bin ja sogar ein Stück weit, ich bin ja sogar ein Stück weit auch unter juristischer Beratung, Grüße an den Herrn Lossner, bin ich ja ein Stück weit auf die Hoffenheim-Mätze und auf den Dietmar Hopp persönlich bin ich ja zugegangen und habe gesagt, so, ich lasse eine Mutter aus dem Spiel. Versuchen, einen kleinen Augenzwinkern da noch reinzubringen. Ein bisschen moderne Popkultur, also sorry. Ich glaube, das war eine runde Sache und im Endeffekt haben die meisten es auch so gesehen. Es ist mit dem Augenzwinkern zu sagen, okay, ein bisschen macht man sich ja darüber lustig, dass eben diese Aufgeregtheit da ist und dieserjenige, der Hopp, du Heulsüße geschrieben hat, hat ja genau das Gleiche. Der hat gesagt, okay, ich habe gar keinen Bock, dass er Hopp mich anzeigt. Aber ich will ihm trotzdem sagen, dass er ein bisschen dünnhäutig ist. Ja, aber es ist, also es ist ja jetzt nicht mal eine Unterstellung, aber wenn jemand da anfängt, wegen über seinen Anwalt, über was weiß ich was, auszurichten lassen, dass Spiele nicht angepfiffen werden, also noch mehr bestätigen, als dass man eine Holzsoße ist, kann man ja quasi gar nicht. Also, sag ich ja. Gut. Also, wir halten, wir halten fest, Stimmung war gut, es gab reichlich Weißwein, das Spielergebnis war jetzt vielleicht nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben und wir regen uns über Holzsoßen auf und stellen fest, wir sind welche, also die anderen sind welche. Naja, wir haben aber auch zugegeben, dass es trotzdem, wir hätten es vor dem Spiel, hätten wir es unterschrieben. Eine Güte. Ja, also, es läuft mir noch so ein bisschen nach, aber unterm Strich muss ich sagen, ist das 1 zu 1 in Ordnung und die Gesamtsituation ist in Ordnung und wir sind hier wahrscheinlich wieder zur Harmonie voll, weswegen uns jetzt scharenweise die Hörer weglaufen, aber ja gut, ich kann es ja jetzt nicht ändern. Nein, wenn ihr wollt, ich überlege, weil ich überlege, habe mich am Hoffenheim im Spiel irgendwas aufgerechnet, leider nicht, außer Sandro Wagner. Ja, das könnte man vielleicht an der Stelle noch erwähnen oder müsste man erwähnen, also, sämtliche Nachberichterstattungen, sei es jetzt irgendwie, gut, Sport 1 ist ja sowieso, aber in sämtlichen anderen Dingern waren alle so gefühlt 50, 60 Prozent nur Sandro Wagner, Sandro Wagner hier, zwei Torschläge, Sandro Wagner, Sandro Wagner zu Bayern, Sandro Wagner hier, ich glaube, im Sportstudio ging es quasi nur um Sandro Wagner und am Ende hat man gesagt, ja, und dann waren auch noch zwei Mannschaften und die haben auch jeder noch ein Tor geschossen, ja, aber mal ganz ehrlich, muss das denn sein, muss der Kerl da so viel Raum einnehmen in dieser Berichterstattung? Das hat selbst Dazone erreicht, also bei der Zusammenfassung von Dazone, sagt er, als Wagner daneben halb an den Pfosten geschossen hat, sagt er so, ja, vielleicht hat er da schon seinen Wechsel zum FC Bayern im Kopf. Ja, mag ja sein, aber dann soll er das im Kopf haben, aber warum muss man das? Ja, nein, aber man muss doch auch nicht diese Storys immer so krass spinnen, meine Güte. Also der wird ja kaum gedacht haben, geil, ich schieße jetzt seinen Pfosten, weil ich an die Bayern gedacht habe. Gut, es ist allüberschattende Thema bei Hoffenheim, wahrscheinlich nimmt Hoffenheim das auch gerne auf, weil sonst die nicht viel zu berichten haben, außer der Trainer vielleicht auch noch, aber vielleicht ist es aber doch für die Eintracht sogar ganz gut. Die Bundesliga soll ruhig die Eintracht gar nicht so wahrnehmen. Ich will gar nicht, dass die Leute hier merken, dass hier ein paar geile Spieler sind, die auch bei anderen Vereinen spielen könnten. Ich will gar nicht wissen, die sollen gar nicht mitkriegen, dass Kovac gute Arbeit leistet. Ich wollte gerade sagen, es sind ja nicht nur die Spieler, sondern es sind dann ja, ist ja dann auch der Trainer, über den man dann da im Zweifelsfall auch reden muss, der ja auch eine ganz ordentliche Arbeit leistet und wo du dir ja auch Gedanken machen kannst, ist das denn ein Trainer, den du bei einer Eintracht noch in zwei, drei Jahren siehst oder musst du dir nicht auch da Gedanken machen, dass du da vielleicht noch Glück im Jahr hast und dann ist der halt auch irgendwo anders. Befürchte ich ehrlich gesagt auch. Ich befürchte, dass wir den maximal noch eineinhalb Jahre hier sehen. Maximal. Wenn wir Glück haben, macht er nach dieser Saison noch eine, aber das war es dann auch, glaube ich ehrlich gesagt, weil nicht nur, weil er gute Arbeit leistet, sondern weil es auch ganz, ganz viele Trainer gibt, die schlechte Arbeit leisten, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es gibt halt momentan keine. die nur so eine Übergangssituation haben. Das siehst du ja, genau. Du siehst ja, wenn Bremen einen Trainer sucht, siehst du ja, wenn Bremen zum Beispiel einen Trainer sucht, dann bilden die sich tatsächlich ein, dass sie Tuchel kriegen würden. Aber ansonsten dann taucht wieder Bruno Labbadia auf. Ja gut, auf der anderen Seite hast du aber halt auch in Dortmund, weil es jetzt ja gerade parallel läuft, die ja vielleicht auch nicht so oder jetzt auch nicht weiß, auch wenn ich jetzt nicht die Bosch-Frage stellen will, aber so nach dem Motto, passt der denn noch irgendwie zu uns oder brauchen wir nicht eigentlich auch irgendwie so einen, einen Tuchel-Club-ähnlichen Trainer, der vielleicht auch mal so ein bisschen neue Perspektive da reinbringt und der vielleicht auch Bock hat, hier irgendwie was zu reißen. Also wenn ich da was zu entscheiden hätte, wäre halt auch so ein Kovac bei mir auch relativ weit oben auf der Liste. Das ist es ja. Der Kovac, wenn man die Kandidaten liest, könnte Kovac selbst bei Bayern auf dem Zettel sein. Das wäre fast zu logisch, weil er A mal bei Bayern gespielt hat, weil er B ein Fußballer ist und ich glaube, die Bayern-Verantwortlichen dann auch einen wollen, der selber gekriegt hat, weil du so anderen, du kannst ja so Fußballern mehr erzählen, wenn du selber einer warst. Also ich glaube, wenn du zum Beispiel Trainer in Augsburg, Mainz, Frankfurt sogar bist, da musst du wahrscheinlich nicht mal selber ein krasser Fußballer gewesen sein. Aber ich glaube, wenn es dann darum geht, mit All-Stars zu tun zu haben, ist es schon besser, dass du sagst, ey, gut, Hitsfeld ist auch eine Ausnahme, aber ich sage jetzt mal, der würde trotzdem gut zu Bayern passen, glaube ich. Auch wenn ihm wahrscheinlich noch der letzte Funken fehlt, weil den krassesten Offensivfußballer hat er jetzt auch noch nicht präsentiert. Aber ich glaube, das macht er auch nur, weil er weiß, dass er hier das Personal nicht hat und das ist ja auch eine Qualität. Wobei ich mir bei Bayern halt schon vorstellen könnte, dass er da so ein bisschen die Probleme hat oder dass Bayern mit ihm so ein bisschen die Probleme hat, weil er halt im Zweifelsfall auch offen anspricht, wenn halt irgendwas schlecht läuft und nicht so dieses von wegen, ich halte mein Management da in allen Ehren und so weiter, sondern da halt auch einfach mal Dinge irgendwie adressiert und da auch mal Forderungen stellt und da weiß ich nicht, ob er da bei einem Würstchen, Uli, da auf den grünen Zweig da kommt. Das weißt du nicht, weil beim Würstchen, Uli ist ja auch so jemand, der entscheidet ja, wen er gut behandelt oder wen nicht. Uli Hoeneß ist ja wie so ein Pate, also der hilft ja. Braco zum Beispiel hat er sich ja auch da zurechtgewurschtelt und ich glaube, das Ding ist, glaube ich, dass du halt von seinen Gnaden sein musst. Das heißt, wenn Hoeneß da steht und denkt, ah, der Niko Kovac hat bei uns gespielt, das war ein Spieler, der hat immer 100% gegeben, das war ein vorbildlicher Profi und der ist jetzt ins Trainergeschäft eingestiegen, einigermaßen erfolgreich. Ich glaube, dass wenn er von Hoeneß Gnaden ist und Hoeneß seine Unterstützung hat, dann kann das was werden. Wenn er natürlich aber, wenn er aber derjenige ist, der von Rummenigge ausgewählt wird, dann ist es, glaube ich, auch schwierig. Das ist, glaube ich, bei Bayern echt schwierig. Aber wollen wir es auch nicht hier beschreiben, ehrlich gesagt. Ich sage auch nur, weil es gibt ja auch Mannschaften wie Wolfsburg, Leverkusen, Dortmund, Bayern, Schalke, je nachdem, wer weiß, was bei denen in anderthalb Jahren ist. Das sind alles Mannschaften, die finanziell über uns stehen und die mit Sicherheit einen Trainer wie Kovac irgendwann vielleicht gebrauchen könnten. Was schade ist. Ich habe trotzdem noch vielleicht die ganze Laufnung, dass die Eintracht, zumindest die nächsten drei Jahre, probiert auch so ein Verein zu werden, weil momentan haben wir die Möglichkeit dazu. Ich würde sagen, also es sieht ja, wenn du das... Es sieht nicht so schlecht aus. Genau, es sieht nicht so schlecht aus. Und wenn du halt, ich glaube, dass du einen Kovac durchaus überzeugen kannst, wenn du im Hintergrund halt auch einfach einen vernünftigen Plan hast. Wenn du eben nicht nur sagst von wegen, das ist die aktuelle Situation, sondern auch sagst von wegen, da wollen wir in drei Jahren hin und wir haben einen Plan, wie wir da hinkommen und wir tun folgendes. Ich glaube schon, dass du da viel bei ihm erreichst, wenn du ihm da was in der Richtung anbietest, wenn er halt auch einfach sieht, wo er sich da verwirklichen kann, wie er was erreichen kann. Dann ist er da durchaus auch bereit, diesen Invest zu machen und er fühlt sich ja, glaube ich, auch hier wohl. Von daher habe ich da auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das noch ein bisschen gehen kann. Ich glaube, dass Kovac auch jemand ist, der auch genau, was du sagst, diese Strukturen, die er sich hier auch selber mit aufgebaut hat, weil er ja trotzdem hier eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Er ist hier gekommen, als hier Riesenchaos war. Er hat seinen Bruder dabei. Mit Fredi Bobic versteht er sich sehr, sehr gut. Er kann Spieler durchsetzen, wie Boateng. Mit Hübner scheint er auch ein gutes Verhältnis zu haben. Stolping ist auch großer Fan. Das heißt, er hat hier trotzdem so eine gewisse Nestwärme, die alles tun, dass es ihm gut geht. Und ich glaube dadurch, weil ich habe mal mit jemandem gesprochen, der ihn so ein bisschen kennt aus dem kroatischen Umfeld und Niko Kovac ist, glaube ich, damals, als er kroatischer Nationaltrainer war, einigermaßen an diesen Strukturen dort verzweifelt, weil da jeder mitreden wollte. Dann kam er hier, da gab es ja fast schon mafiöse Strukturen. Und vielleicht hat die Erfahrung, die er dort gemacht hat, dafür gesorgt, dass er eben nicht, dann wie du es sagst, zum Würstel-Uli geht, weil er nicht weiß, wer da alles mitbubbelt. Und vielleicht ist auch er jemand, er ist immer sehr geradeaus. Vielleicht will er auch diese Ruhe haben, zu sagen, okay, nee, ich habe gar keinen Bock, mich mit tausend verschiedenen Leuten auseinanderzusetzen. Ich hoffe es ehrlich gesagt und ich hoffe, dass die Eintracht, man liest es ja auch immer wieder, man will Geld generieren, es sollen jetzt wieder 10 Millionen so aufgetrieben werden, man probiert immer wieder alles zu machen, dass die finanziellen Grenzen so ein bisschen aufgesprengt werden. Vielleicht ist es ja so, dass die Eintracht ihm das aufzeigen kann und dass beide wachsen können und dann kann er von mir aus in fünf Jahren immer noch wechseln, er ist ja noch jung. Ja, das stimmt. Also da haben wir noch, haben wir noch ganz viel Zeit. Ich glaube, ehrlich gesagt, meine aktuelle Prognose ist eineinhalb Jahre, aber das können wir jetzt eh nicht prüfen. Genießen wir einfach mal, was gerade hier abgeht, weil als Kovac gekommen ist, war es noch ein bisschen anders. Das ist richtig. Erinnerst du dich noch an Folge, was war das, 215? Irgendwie sowas. Ja. Da waren noch andere Sachen hier, da hat Fußball, zu der Zeit hat nämlich Fußball keinen Spaß gemacht. Da bist du immer völlig fertig nach Hause gekommen, von irgendwelchen Auswärtsspielen, weil es ständig um den Abschied geht und da haben wir, glaube ich, auch zu Hause gegen Hoffenheim sogar verloren, wo alle davon es war. Ja, da haben alle gedacht, es war es jetzt. Also von daher. Genau. Gucken wir doch mal, wir haben jetzt glücklicherweise als nächstes kein Auswärtsspiel, sondern ein Heimspiel gegen Leverkusen, die so eine neue, ganz okaye Saison eigentlich mittlerweile haben, waren jetzt bislang immer so irgendwie so ein bisschen im Mittelfeld stehen, jetzt aktuell auf Platz 9, haben am vergangenen Wochenende ein 2 zu 2 gegen Leipzig erkämpft, muss man ja wirklich so sagen, nach zwei Elfmetern, die ihnen da, die für Leipzig gegeben worden sind und wo sie dann am Ende auch nur noch zu 10 unterwegs waren, haben sie sich dann da doch irgendwie noch zwei Tore irgendwie erkämpft. Die sind jetzt für mich gerade so ein bisschen in so einem Aufwärtstrend. Die haben jetzt so ihre Formen gefunden. hier der, 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 es fällt mir der Name vom Trainer nicht ein. Schlecht vorbereitet, hilf mir. Was meinst du von Herr Herrlich? Herr Herrlich, genau. Der Herr Herrlich hat so mittlerweile so sein System gefunden, hat die Mannschaft da glaube ich so ein bisschen erreicht und genau zu dem Zeitpunkt, wo die so auf dem Weg nach oben sind, kommt die Eintracht um die Ecke. So kommt mir das jetzt gerade so ein bisschen vor. Ja, das habe ich mir auch so notiert. Das Problem ist, ehrlich gesagt, Leverkusen ist, zur falschen Zeit haben die sich so ein bisschen gefangen, weil ich hatte Leverkusen eigentlich auch so ein bisschen inspiriert von Max vom Rasenfunk, Grüße, eigentlich bei 3,90 in der Saisonvorschau, glaube ich, auch einer als einer der Abstiegskandidaten getippt, weil das für mich keinen Sinn gemacht hat, was die machen und Heiko Herrlich habe ich immer so als strange einen Typen wahrgenommen. Und am Anfang habe ich mich da auch noch bestätigt gefühlt. Das Problem ist, die haben da noch ein, zwei Transfers getätigt. Der Stimme, ich weiß nicht, wie man aus, Alario heißt er, glaube ich. Alario, ja. Die sehr, sehr klug waren. Dann hast du nämlich jemanden, der Volland auch wieder ins Spiel zurückholt, weil er nicht alleine nach vorne rumgeistert. Dann Aranguiz ist jetzt, glaube ich, auch da endlich mal eine längere Zeit verletzungsfrei. Die haben unbestritten eine richtig geile Mannschaft. Also diese Mannschaft von den Spielern her, die ist viel besser als die Eintracht. Fast jeder Spieler, der auf dem Platz steht. Nur sind die auch schwer in die Saison gekommen, aber leider jetzt wieder auf so einem Weg, wo man sagen kann, ja, die sind wahrscheinlich einen kleinen Zacken besser als wir. Ja, da sind so einige. Also auch jetzt dann da so ein Bailey, man nicht nur in so einem linken Mittelfeld, sondern eher in so einem link-offensiven Mittelfeld so fast als links-außen spielen zu lassen, der dreht da ja vollkommen auf. Der hat ja auch schon vier Buden gemacht, in Volland schon mit sieben Toren. das ist halt schon so. Die sind halt wirklich gerade in so einem totalen Aufwärtstrend. Da weiß ich halt nicht, ob das gerade jetzt, also die hätten sich da ruhig nochmal so eine Woche mit Zeit lassen können. das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil das ist ja das perfekte Heimspiel. Das ist so eine Mannschaft, die hätten uns genau diese Räume gegeben, weil die immer probieren auch ein bisschen nach vorne zu spielen, gerade wenn du so eine Mannschaft hast, musst du das ja. Aber die haben sich jetzt so ein bisschen gefangen, das wird, aber was wir auch festhalten müssen, ich habe es beim Hoffenheimspiel schon gesagt, das ist ein Spiel auf Augenhöhe, die fahren auch nicht gerne hierher. Die fahren jetzt nicht hierher und denken, oh cool, wir spielen in die Eintracht, sondern die denken, oh Gott, die Eintracht ist echt unangenehm. Und wir dürfen Leverkusen auch nicht überhöhen. Für mich ist das ein Spiel tatsächlich auf Augenhöhe und viel mehr Komplimente könnte man in Eintracht gar nicht machen. Das ist eine aufstrebende Leverkusener Mannschaft mit uns auf Augenhöhe, ist auch tabellarisch gesehen. Und eigentlich ist das echt das nächste wichtige Spiel, weil es so ein bisschen zwei Mannschaften sind, die so ein bisschen unter diesen Europapokal-Rängen babern und so ein kleines Auge darauf haben, um unbedingt irgendwie probieren, trotzdem noch die Tür aufzukriegen. Und ich meine, wenn wir das gewinnen würden, das wären 22 Punkte hätten wir dann auf dem Konto. Mit einem Restprogramm Hertha, Bayern, HSV, Schalke, von denen du auf jeden Fall auch noch zwei gewinnen kannst. Das wären ungefähr 28 Punkte im Winter. Und das wäre schon übel geil, ehrlich gesagt. Deswegen ist das für mich gegen Leverkusen, die, wie du es gesagt hast, eine merkwürdige Saison spielen, aber trotzdem eine hohe Qualität haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, weil es für uns auch eine Standortbestimmung ist. So schwer wir uns tun, die Eintracht irgendwie einzuordnen, weil jedes Spiel irgendwie anders ist und seine eigene Geschichte hat mit Toren in der letzten Minute und Gegnern wie Dortmund und Hoffenheim, die vielleicht nicht auf dem Zenit ihrer Leistung gerade sind. Und das wird gegen eine Mannschaft, die momentan gut in Form ist, die Leipzig Paroli geboten hat, wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel, auch eine Standortbestimmung, so platz sich das anhört. Meine Hoffnung ist, dass wir diese Räume, die wir einigermaßen gut nutzen meistens und diese Stimmung, die wahrscheinlich zu Hause sein wird, weil die Stimmung allgemein gerade gut ist. Das könnte für uns den Kicker geben, zu sagen, okay, das ist eine Mannschaft, die spielt gut, die will dann auch dementsprechend ihm was zeigen, aber die Eintracht ist die Mannschaft, die, ja, wie ich es gesagt habe, ich versuche es jetzt zu etablieren, die Eintracht ist das Atletico Madrid, der Bundesliga gerade. Da steht trotzdem der Bord hängen und guckt den Julian Brandt und den Karl Havertz an und sagt, was ist los, das wird so kleiner Wurm. Was bildt dir mal ja nichts ein, weil die jetzt hier irgendwie ein paar Spiele gewonnen hat. und von den Spielern Rebetsch und so haben wir auch, dass sie zu denen zeigen, weil Leverkusen mit Sicherheit keine Mentalitätsmonstermannschaft hat. Ja, das sind alles gute Kicker, die auf ihre Laune auch angewiesen sind und ich hoffe, dass die Eintracht diese Laune Leverkusen einfach nehmen kann und dass wir das Spiel irgendwie gewinnen können und da ist es mir auch ehrlich gesagt egal wie, die Eintracht kann von mir aus endlich auch mal das erste Spiel in der Saison haben, was sie komplett unverdient gewinnt. Videobeweis, Scheißdreck, Fehlentscheidung, 0-1-0, unberechtigt, so heißt mir, völlig Wurst, weil ich finde, wenn wir dieses Spiel gewinnen, kann uns die Hinrunde gar nicht mehr kaputt machen. Naja, so ein bisschen können wir ja vielleicht auch drauf hoffen, dass so der eine oder andere Spieler da halt vielleicht auch gerade fehlt. Henrichs hat ja die rote Karte jetzt im Spiel gegen Leipzig gesehen, das heißt, der fällt ja auf jeden Fall aus. Wendell hat die fünfte gelbe Karte gesehen und darf damit ja auch ein Spiel pausieren. Da hast du schon mal zwei in der Abwehr weg. Tah hat auch immer mal so mal Licht, mal Schatten, genauso wie Bender. Tah ist schon geil. Also ich bin großer Fan von Jonathan Tah. Ich mag ihn auch, aber der ist schon echt stark. Er war jetzt auch nicht immer so stabil, zumindest nicht in den Momenten, wo ich dann da mal genauer hingeguckt habe. Ja, das Problem, die haben viele geile Spieler. Havertz ist auch schon ein geiler Kicker. Julian Brandt ist auch ein geiler Kicker. Das ist das Problem. Dieser Leon Bailey hat mich auch auch, der kommt auch langsam in Form. Aber sowas von, ja. Also gerade in der Offensive. Wendell ist auch so ein Linksverteidiger. Wendell spielt wahrscheinlich trotzdem, der müsste eigentlich mal wechseln, der ist für Leverkusen. Ich finde ihn richtig geil. Das ist so ein Spieler, den sehe ich irgendwann bei Real, ehrlich gesagt. Ja, genau. Aber der wird ja, wie gesagt, dieses Spiel nicht auftreten, weil fünfmal gelb ist eine Runde Pause. Allgemein gesehen, die Mannschaft ist schon geiler. Der ist flott, der kann Pässe spielen, der ackert viel, das ist halt schon, ja, klar. Dominik, er hängt sich auch immer wieder rein. Es ist trotzdem geil, weil es wird zwar ein bisschen, ja, ich will das Spiel jetzt nicht überhöhen, aber genau, weil im Endeffekt selbst wenn wir da jetzt verlieren, ist immer noch nichts passiert. Also das ist trotzdem, es ist wieder dieses Nice-to-have-Spiel, ehrlich gesagt, was genau Hoffenheim auch gewesen wäre und wenn die Eintracht das dann mal macht, dann ist die Eintracht glaube ich auch fester da drin, weil diese ausgeglichenheit, die gerade ist, die wird auch nicht immer so sein. Ich glaube schon, dass ich jetzt irgendwann, jetzt bald, ich hätte eigentlich schon früher damit gerechnet, aber bald werden sich so Tendenzen abzeichnen, zu sagen, okay, das und das geht in die Richtung. Momentan hast du ja noch das Gefühl, zwischen Champions League und Abstiegsplatz sind es jetzt übertrieben gesagt sechs Punkte gerade. Das ist ziemlich eng noch alles beieinander, ja klar. Genau, das meine ich und das wird hier irgendwann in die Koffer. Also bis auf Köln, die sind halt, ne? Ja, also wenn die Brücke irgendwann auseinander geht, weil ein Schiff durchfährt, will ich, dass die Eintracht auf der richtigen Seite steht und deswegen müsste die Eintracht jetzt noch so viel punkten wie möglich, weil es mit Sicherheit auch wieder Spiele kommen werden, wo wir eben nicht ständig punkten und jetzt spielen wir gegen, das sind jetzt zwei Mannschaften, was die Eintracht seit sechs oder sieben Spielen umgeschlagen, Leverkusen sogar seit neun, wenn wir nicht das richtig gehört haben. Das ist ja eigentlich schon ein kleines Hopspiel, ehrlich gesagt und hoffen wir, dass die Stimmung geil ist, dass das Wetter einigermaßen warm ist oder zumindest nicht regnet und dass die Leute Bock haben, es scheinbar zu gehen. Dann kann das wieder so ein typisches geiles Eintracht-Heimspiel werden, wo wir 2-1 gewinnen und alle ausrasten. Also ich bin da noch frohen Mutes, auch wenn ich um die Gefahr weiß, die Leverkusen momentan leider mittlerweile ausschreilt. Also wenn du das Pokalspiel mit rein zählst, sind es sieben Spiele, ansonsten nur sechs, in denen wir ungeschlagen sind und bei Leverkusen sind es mit Pokal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also eins mehr. Die letzte Niederlage für Leverkusen war gegen die Hertha am fünften Spieltag. Also ausgeglichen. Kannst du in der Tat so sagen. Aber trotzdem glaube ich fest dran, dass es eben kein langweiliges Spiel wird, sondern Leverkusen wird versuchen, das Spiel zu machen, wie sie es bislang in allen Spielen eigentlich immer gemacht haben. Und wir werden wieder versuchen, genau in diese Räume da reinzugehen und über Konter da zu gehen. Also idealerweise wird das ein sehr ansehnliches Spiel. Ich hoffe es auch, weil eigentlich sind beide Mannschaften ja auch gut drauf. Das heißt, da ist keine Mannschaft dabei, die irgendwie verkrampft sein müsste, weil es irgendwie nicht läuft, sondern die beiden sind jetzt mittlerweile so, der Trend geht bei beiden nach oben und das könnte ja dafür sorgen, dass beide so ein bisschen lächelnd ins Spiel gehen und vielleicht, ja, mir wäre es am allerliebsten in den Antrag gewinnt, 4-2. Ja. Ist das schon dein Tipp, 4-2? Ne, leider muss ich sagen, dass ich damit rechne, dass Leverkusen 2-1 gewinnt. Echt jetzt? Ne, ich sage, wir gewinnen 2-1. Bin ich, bin ich mir ganz sicher. Ja. Ähm, da war was an der Aufstellung? Ja. Also ich würde vielleicht Hasebe von Anfang an nochmal reinnehmen. Ich würde auch gerne Hasebe von Anfang an, ich würde Hasebe für Wolf reinnehmen, ehrlich gesagt, und dafür Salcedo aber auf außen rutschen lassen. Weil er trotzdem defensiv gegen die hier Havertz und Brandaußen, würde ich mir trotzdem nicht Wolf wünschen, dass er gegen die spielt, sondern, dass du quasi halt dass du Fünferkette spielst, Salcedo als Rechtsverteidiger spielst. Abraham verletzt Hasebe Willems und dann hast du wieder Boateng, Stendera, Gacinu, Trebic, Aller. Mhm. So quasi. Okay. Ja. Klingt nach einem ganz ganz soliden Plan. Ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen unser System gefunden. Wir haben jetzt durchaus die Möglichkeit, auch dazwischen die Spieler sich so ein bisschen erholen zu lassen. Also so der große Bedarf da jetzt großartig irgendwas zu ändern. Es sei denn, es verletzt sich jetzt irgendwie noch einer kurzfristig, ist da jetzt eigentlich nicht von daher laufen lassen. Wäre die Devise. Ich denke auch, was mir ganz gut gefällt, dass die Eintracht mittlerweile so eine Achse hat. Also das so, das ist nicht mehr dieses ganz große Durchgewechselt, sondern du hast das Gefühl, wenn wir jetzt hier über die Aufstellung reden, müssen wir immer nur sagen, ja, ich würde eine Sache ändern oder eineinhalb oder zwei. Sondern nicht mehr komplett, sondern das sind so feste Säulen. Boateng, Stendera, Abraham, Rebic, Haller, hoffentlich bald auch wieder richtig Kacinovic. Williams scheint sich auch ein bisschen jetzt so reingespielt zu haben. Absolut. Das kann für diese Eingespieltheit und für diese Ballsicherheit, die Kovac auch selber gefordert hat, auch sehr, sehr förderlich sein, wenn du da mit ähnlichem Personal spielst, sage ich mal. Und es ist auch gut zu wissen, dass wir mal eine Bank haben, wo wir Fernandes, Tavata und Jovic reinbringen können. Also alles in Ordnung. Wenn wir uns jetzt noch bis zum Winter retten und Mascarell ist jetzt auch schon wieder auf dem Platz, Chandler läuft auch schon wieder. Also die Situation, wie sie gerade bei uns ist, wird nicht schlechter. Das Einzige, Kovac hat es glaube ich angemerkt, dass es natürlich unzufriedene Spieler geben wird, weil halt viele Spieler da sind. Aber ich traue Kovac zu, dass er das moderieren kann und es ist besser, dass er das moderieren muss, als dass er mit Bruchhagen um Spieler falschen müsste damals. Das ist definitiv viel wert, dass man einfach diese Strukturen mittlerweile hat. Wir haben das letzte Woche so schön gesagt, der Verein ist mittlerweile auf dem Weg, ein durchaus professioneller Verein zu werden. Dann kommen wir doch auch schon zu unserem allseits beliebten Dummschwätzer der Woche und lösen erstmal auf, wer es letzte Woche geworden ist. Ich sage nochmal, wer nominiert war. Wir hatten einmal den Anwalt von Dietmar Hopp, der eben gefordert hat, dass Spiele nicht mehr angepfiffen werden. Dann hatten wir Uli Hoeneß, der fordert, dass die Türkei und griechische Klubs endlich mal vernünftig Steuern zahlen sollen. Dann hatten wir den DFB für sein wunderbares Motto zur EM-Bewerbung. Dann hatten wir Julian Nagelsmann, der versucht irgendwie diesen Flaschenwurf schön zu reden und Sandro Wagner, der fleißig damit beschäftigt ist, Dietmar Hopp zu verteidigen. Was glaubst du denn, wer gewonnen hat? Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Der DFB für seinen EM-Bewerbungsmotto mit 53,8%. Krass, gut. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber eventuell trotzdem nachvollziehen. Genau, auf Platz 2 ist der Anwalt von Dietmar Hopp und auf Platz 3 Uli Hoeneß. Grüße. Grüße, genau. Kann man so sagen. Ich habe den DFB in meiner Nominierung die Woche gleich auch wieder mit drin. Und zwar habe ich mich am Samstag fürchterlich drüber aufgeregt, über diese Geschichte mit dieser chinesischen U20 und dieser Tibet-Fahne. Also erstmal würde ich ganz... Was hast du nicht da aufgeregt? Einerseits die Reaktion der U20, ja, da hängt einer an der Fahne auf und ich höre auf zu spielen und verlasse das Spielfeld. Ja, mein Gott, wenn es euch nicht passt, dann verpisst euch halt einfach. Ja? Was hat der DFB da gesagt? Das habe ich gar nicht mitgekommen. Also es gab eine Stellungnahme, die zum Teil eben im Kicker wiedergegeben wurde. Sie haben zum einen gesagt von wegen, ja, wir haben irgendwie schon mit unseren Ansprechpartnern bei China da gesprochen und haben sie schon mal darauf hingewiesen, dass das so sein kann und dass das natürlich auch im Rahmen der freien Meinungsäußerung dazugehört und dass sowas passieren kann. Aber auf der anderen Seite, wie haben sie es schon geschrieben, wir sind der Meinung, wo war der Passus? Umgekehrt verurteilen wir es, den Fußball für bewusste Provokationen gegen unsere Gäste zu missbrauchen. Also mal ganz ehrlich, da hat einer eine Fahne aufgehängt. Ja, also man kann es auch übertreiben. Das klingt jetzt auch schon wieder so, als wenn sie irgendwie mit Gummi geschossen auf die Leute geschossen haben und irgendwie Steine geworfen und dralala und sonst irgendwas. Also ihr wusstet, was ihr euch da ins Haus holt. Ihr habt das gemacht, um die Kohle irgendwie zu kriegen und hier irgendwie neue Märkte zu erschließen. und die Geschichte irgendwie, dass das politisiert wird, hast du jetzt auch alle Nase lang. Ich meine, dass eine Bundeskanzlerin nach einer EM-WM in die Kabine rennt und sich da mit den Spielern irgendwie ablichten lässt, hat halt auch was mit Politik zu tun. Da müsst ihr den Teil halt auch auslassen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, vor allen Dingen, also sorry, ich hätte jetzt nicht unbedingt das auf dem Schirm gehabt, aber wenn man sowas plant, dann muss man das schon mit einkalkulieren, ehrlich gesagt, dass es da andere Reaktionsweisen gibt, wie man auf sowas reagiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das sehr, sehr, sehr amüsiert. Ich überlege schon zum FSV zu gehen, mir auch noch eine Tibet-Fahne zu kommen. Also mal ganz ehrlich, wer das jetzt nicht irgendwie nachmacht, also ganz ehrlich, ich würde jetzt, da wird so viele Nachhörer geben. Ganz ehrlich, Leute, das hätte man so unter Tisch verlassen können. Aber das Ding wurde halt aufgehoben, weißt du, ich würde, also ich sag mal, die, die das jetzt beim ersten Mal gemacht haben, das waren wahrscheinlich wirklich welche, die da, denen das ein Anliegen war, gewisse Missstände, über die ich nicht mal zu 100% Bescheid weiß, da will ich mir auch gar keine Meinung erlauben, die das aus, ja, aus wirklich aus persönlichen Antrieben gemacht haben, aber die, ich sag mal so, da kommen jetzt bestimmt noch 70% dazu, die das jetzt einfach nur aus Scherz haben. Also ganz ehrlich, wenn die FSV-Fans das am Wochenende richtig machen, dann ist quasi die komplette Kurve, ist eine große Tibet-Fahne, irgendwie zum Einzug der Mannschaften, die drehen doch instantan wieder um und laufen wieder zurück. Ja, am besten so eine ganze Block-Fahne, Grüße. Ja, deswegen sag ich ja, so eine große Fahne einfach über den kompletten Heimblock, ja, die reißen direkt wieder ab. Das wäre echt so hervorragend. Weil ich glaube, bei Social Media gab es ja auch wütende Reaktionen von Chinesen, die teilweise die Leute beleidigt haben. Ja. Sperrigste Weise, überragend. Ja, das sind lustige, mich amüsiert es sehr, mich hat diese Sache sowieso amüsiert, was der DFB sich dabei gedacht hat. Ja, aber das zeigt halt jetzt... Ganz ehrlich, das ist nur ein weiterer Mosaikstein. Ja. Zum Schiedsrichterwesen, zu dem Umgang mit Fans, zu dem Umgang mit der Aufklärung der WM und Schmiergeld-Affäre und so weiter und so weiter und wie man mit dem Amateursport umgeht. Das ist jetzt nur noch... Also das macht bei denen den Bockfass auch gar nicht mehr fett. Ich habe das Gefühl, dieser Verein sollte... Beim Fußball sagt man immer, es würde denen ganz gut tun, wenn die mal absteigen würden, dann können sie zusammen wieder aufsteigen. Der DFB kann leider nicht absteigen, aber es würde ihnen gut tun, wenn da mal was passieren würde, ehrlich gesagt. Der Timo hat gerade im Chat geschrieben, dass beim FSV bereits Fahnen angemeldet und genehmigt wurden. Also das... Also so blöd kann ja kein Verein sein. Also... Wann ist denn dieses Spiel? Äh, Samstag 14. Ja, da auch... Ja, eben. Ja, das ist schade. Genau, kurz davor. Naja, zum... Zum Hinfahren, da mal eben den kompletten Weg mit Tibet-Fahnen pflastern. Ja. Und wenn wir da abhauen, wird es ja reichen. Also das wird doch jetzt jeder Verein machen. So blöd kann es doch gar nicht sein, den das Ding nicht mitzunehmen. Der liegt doch schon auf der Torlinie, den muss doch noch nur verwandeln. Vor allen Dingen ist der auch friedlich. Ja, deswegen ist es ja. Also es ist... Da sind zwei Fragen aufgeheckt worden. Ja, aber ich finde, der Präsident vom FSV hat es ja ganz gut gesagt. Er hat gesagt, hier, die brauchen sich nicht einbilden, dass wir jetzt hier aus... Ja, dass wir jetzt hier aus irgendwie... Aus Freundlichkeit irgendwelche Grundrechte hier einschränken. Das ist auch gut so. Und im Endeffekt ist es auch egal, ob da jemand wirklich unbedingt seinen Tibet-Fahnen mit reinnehmen soll. Sondern das Symbol ist einfach zu sagen, ich will damit auch zeigen, dass ich darf. Weil ihr scheinbar nicht wollt, dass ich darf. Und darum geht es ja auch oft. Es geht ja nicht darum, dass ich jedes Recht, was ich habe, jetzt auch in dem Moment gerade brauche. Aber wenn ich das Gefühl habe, da gibt es Tendenzen in gewissen Bereichen. Kannst du es nutzen. Kein Bock. Und dann kann ich sagen, nee, eben nicht. Und da geht es ja dann am Ende das Tag gar nicht mehr um die Tibet-Fahnen. Weil ich glaube nicht, dass jeder sich dann zu 8000 Prozent mit diesem Thema auseinandersetzt. Aber dann geht es dann darum, A, wie du sagst, wie der DFB damit umgeht, dass er sagt, wir wollen nicht, dass sie die provoziert, weil es geht in die selbe Richtung wie mit allem. Und wenn Hopp, du heulen, so fehlt es noch, dass der DFB bald ermittelt. Und ganz ehrlich, die tun sich keinen Gefallen mit dir. Ich verstehe nicht, dass beim DFB nicht schon längst einer mal die Reißleine gezogen hat, die Türen abgeschlossen hat, gesagt hat, Leute, wir setzen uns jetzt erstmal hin. Weil die haben ja trotzdem auch Profis in ihren Reihen, beziehungsweise Leute, die wahrscheinlich Profis in ihren Telefonbüchern haben, wenn man an Oliver Bierhoff denkt oder so. Der selber nicht die hellste Leuchtung ist, aber der weiß, wen er anrufen muss. Ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt, wie der DFB das schafft, dass er immer noch einen draufsetzt. Weil wir haben es ja bei 390 nicht auch oft gehabt. Es macht ja auch gar keinen Spaß mehr, jede Woche darüber zu reden, aber wenn die auch jede Woche einen draufsetzen, naja, was willst du da machen? Also, keine Ahnung. Wir haben noch Choreo-Vorschläge im Chat. Timo schlägt vor, dass wir einfach Fahnen hinhängen unten mit dem Hashtag Grüße und dann zur Eintracht fahren. Oder Richard schlägt vor, dass es eine Choreo aus Tibet-Fahnen gibt, die dann zusammengesetzt das Wort Grüße ergeben. Auch schön. Hast du diesen... Das finde ich hervorragend. Wer der erste Vorschlag... Von Timo. Ja, da wäre ich dabei, ehrlich gesagt. Der soll Kontakt zu mir aufnehmen. Hast du diesen, das kleine Handnotiz, diesen einen Tweet am Samstag oder Sonntag war das irgendwie mitgekriegt, wo einer schrieb irgendwie Podcast-Session beim Barcamp Hamburg und der eine erwähnt, dass er sogar den Eintracht-Podcast hört und fünf Leute aus dem Publikum rufen spontan Grüße rein. Vorragend. Grüße. Grüße an die Grüße. Grüße an die Grüße. Es wird ein absolut gefügeltes Wort. Großartig. Vorragend. Ja. Genau, also das sind meine beiden Nominierten, einmal die chinesische U20 und einmal den DFB und dann hattest du führend angedeutet, dass du noch jemanden hast. Ja, ich habe... Ich nominiere jetzt, ohne es gesehen zu haben, Sky 90 mit seinen Protagonisten Lothar Matthäus und Alfred Draxler. Ich habe es nicht gesehen, aber der Axel scheint es sich angeschaut zu haben. Ja. Und das ist ja ein Feuerwerk der tollen Sprüche. Hitzfeld nach Dortmund, weil Heinke ist in München. Für Dortmund steht mehr Druck auf dem Papier. Bei Schalke knallen schon die Sektkorken, wenn die Platzwahl gewonnen hat. Und Aubameyang ist offensichtlich gestern wieder beim Friseur gewesen. Morgen in Bild ist ein Foto und zwar in Paris. Das kann man machen, wenn man die Champions League gewonnen hat. Und auf jeden Fall müssen Draxler und Matthäus da einen Plattenspruch nach dem anderen rausgehauen haben. Was nur ein weiterer Mosaikstein ist für den Verfall von Sky, der mich zu meinem dritten Nominierten führt, der gerade aktuell mir reingespült wurde. Grüße an den Jungen mit dem Ball, der mit mir als Privatnachricht geschickt. Ich nominiere jetzt Sky für den Tweet, den sie hier vor dem Champions League Spiel abgesetzt haben. Frank Buschmann hat seinen Fanklub mit nach Monaco gebracht, wo Frank Buschmann vor der Leipziger Auswärtskurve steht und die Welle macht. Das brauche ich ja nicht mal erklären. Das spricht für sich. Frank Buschmann und die Leipziger Fans, die haben sich gesucht und gefunden und die scheinen sich auch gegenseitig zu feiern. Ich habe das noch nicht gehört, dass ein Kommentator vor einem Fanblog die Welle macht. Das ist auch ausgerechnet die beiden sind, Buschmann und Leipzig. Ja, spricht auch für die journalistische Distanz, der Buschmann hat natürlich. Vielleicht kann er aber die Leipzig-Spiele kommentieren mit Guido Schäfer zusammen. Grüße. Wir möchten nochmal daran erinnern, dass es derselbe Frank Buschmann war, der sich letztens noch über Professionalität und Journalismus auf Twitter aufgeregt hat. Ach ja, stimmt, genau. Der hat auch Matthäus verteidigt. Genau. Oh ja. Genau. Passt doch eins zum anderen, nicht wahr? Großartig. Also wir haben die chinesische U20, den DFB, Sky 90 mit Lothar Matthäus und Alfred Draxler und Sky und den Herrn Buschmann für die Kombination aus Tweet und Welle vor dem Fanblock. Großartig. Das gibt es gar nicht. Was ist denn das? Manchmal gibt es viel, die machen das, um uns alle zu treuen. Ja, das war ja das, was du letzte Woche gesagt hast. Man kann eigentlich nicht glauben, dass das wirklich so ist, weil einfach jede Woche, wir reden ja hier drüber und wenn man das mal hört und dann vielleicht fünf Minuten auch nachdenkt, dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass es keinen Sinn macht, den Kram weiterzumachen, aber die machen einfach von Woche zu Woche immer mehr Mist, wo du dir eigentlich vor gewisser Zeit noch gedacht hättest, naja, das haben sich halt irgendwelche, die irgendwie fünfmal vom Wickeltisch gefallen sind, irgendwie einfallen lassen und das sind irgendwelche ganz aberwitzigen Geschichten, aber es zeigt uns ja jede Woche wieder, das ist einfach gottverdammte Realität, die meinen das ernst, die glauben auch noch an den Mist. Wir kriegen noch eine vierte Nominierung live aus dem WhatsApp-Chat von Maxl. Oha. Wir müssen ja wahrscheinlich den Videobeweis auch mal nominieren, ehrlich gesagt. Der wurde hier, der ist hier viel zu kurz gekommen in unserer kuscheligen Familiensendung, weil was da, also was da dem FC Köln in Mainz passiert ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Weiß nicht, wie du das siehst. Das ist ja unglaublich. Also das ist für mich, ich kann, ich habe mit Köln außer dem Maxl keine große emotionale Verbindung, außer dass ich mir wünsche, dass ich in der Bundesliga bleibe, weil es ein geiles außerirdisches, bla 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 bla, aber wie kann das denn sein, dass wir einen Videobeweis haben, und dann haben wir hier eine Andi-Möller-Style-Schweibe von De Blasis. Der Schiedsrichter fällt drauf rein und meine Güte ist eng aus dem Gewurschtel. Dann scheint er sich mit dem Videoassistenten noch irgendwie auszutauschen und er sagt, das war wirklich schnell, wenn du das dann siehst, dann siehst du, dass er ihn nicht mal im Ansatz berührt hat. Und da frage ich mich tatsächlich, wie das zustande kommen kann, ehrlich gesagt. Weil wenn ich Köln-Fan wäre, ganz ehrlich, dann würde ich mir meinen Aluhut aufsetzen und sagen, das ist schon Betrug, ehrlich gesagt. Weil wie kann man denn das nicht sehen? Oder warum guckt Brüch sich das nicht, warum guckt er sich das nicht nochmal an? Das haben ja jetzt Schiedsrichter auch teilweise gemacht. Du hast ja das Gefühl, ich habe jetzt mittlerweile das Gefühl, für diesen Spieltag war es so, dass die Schiedsrichter nicht mehr so oft den Videobeweis angerufen haben, dass sie die Anweisung hatten zu sagen, ey, guck selber. Und jetzt, also ganz ehrlich, Köln hat natürlich auch sehr viel Selbstverschuldung drin, aber die haben schon Pech mit dem Scheiß, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich auch immer an den Elfmeter von uns da, das war auch keiner. Da muss auch nur einer schon anrufen und sagen, nee, das ist keiner. Das ist übel, ehrlich gesagt. Weil Köln war in dem Spiel gar nicht so schlecht drin. Und ich frage, was mich wundert, ehrlich gesagt, ich habe dazu gar nichts gelesen im Nachklang. Außer Brüch, muss ich sagen. Respekt an Brüch, der dann nach dem Spiel ganz klar sagt. Ganz klar, ja. Ja, also der hat da ganz, ganz viel Lob dafür verdient, da halt wirklich auch so mit umzugehen und zu sagen, hey, ich habe einfach drauf vertraut, ich habe es so gesehen. Der Videoschiedsrichter hat mir gesagt, Kontakt war da. Ich habe den Spieler gefragt, der auch sagt von wegen, ja, ja, da war ein Kontakt. Was ja nochmal die andere Seite der Medaille ist, ja. Du hast ja dann auch einen Spieler, der ganz klar sagt von wegen, ja, da war was. Was ja anscheinend offensichtlich auch nicht der Fall war. Und dann hinzugehen und sagen von wegen, okay, wenn ich mir das jetzt so nochmal angucke, dann war das einfach rundherum eine Fehlentscheidung und man hätte mir das anders mitteilen müssen. Also die Eier in der Hose zu haben, allerhöchsten Respekt. Es bringt jetzt Köln zwar auch nichts, die können jetzt sagen von wegen, hey, ist ein guter Mann, ja. Der gibt halt auch einen Fehler zu, aber die Punkte sind halt trotzdem weg. Also von daher, unglaublich. Ich finde es aber unglaublich, dass der hat, wie das. Ich glaube, das hängt aber auch mit diesem Gesamtthema Video, Schiedsrichter, dass die nach diesem Ganzen hin und her und die ersten fünf Spiele so dann heimlich irgendwie die Regeln geändert, dann jetzt dann doch wieder zurück und dann greift da einer irgendwie als Supervisor ein und jetzt dürfen sie wieder irgendwie nicht und dann sollen die Schiedsrichter mehr gucken, dann sollen sie wieder, sollen sich wieder mehr raushalten. Also da weiß doch halt auch keiner mehr, was da jetzt gerade eben Phase ist, ja. Das wird ja gefühlt irgendwie fünf Minuten vor dem Spiel wahrscheinlich da nochmal irgendwie die Regelung geändert und was mich halt da auch einfach nach wie vor großartig aufregt ist, diese Unterhaltung von wegen ja, klarer Fehler, ja, nein und so weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht bei uns auf der Arbeit, als wir angefangen haben, Trainer, die über 20 Jahre hinweg irgendwie vor einem Publikum gestanden haben und da Sachen vermittelt haben. Denen ein Headset aufzusetzen, die vor so einem Computerbildschirm zu sagen, zu setzen und zu sagen, pass auf, jetzt erklärst du das den gleichen 20 Leuten am Computer, ja, die sehen dich nicht, du siehst die nicht, das ist ja dasselbe, weil du erzählst denen ja das Gleiche. Nein, es ist eben nicht dasselbe und du kannst keinen Schiedsrichter, der 15, 20 Jahre auf dem Feld gestanden hat, der ein Spiel leiten konnte, weil er die Reaktion der Spieler gesehen hat, weil er die Atmosphäre hatte, weil er so das Ganze im Überblick hatte, den kannst du nicht in so einen dunklen Raum setzen und sagen, es ist ja im Prinzip das Gleiche, also mach das mal. Das funktioniert nicht, das hat in keiner Branche dieser Welt bislang funktioniert und wir glauben daran, dass das funktionieren wird. Nee. Ich finde es aber, ich weiß nicht, der DFB, die haben so viel, also ganz ehrlich, wenn der Franz Beckmoor private Schulden hat, haben die ja scheinbar irgendeine Möglichkeiten, sich Geld zu beschaffen, also die haben ja auch Geld, diesen Videobeweis irgendwie prominent an den Start zu bringen. Dass sie das nicht schaffen, lässt mich verzweifeln, weil ich befürchte ehrlich gesagt, dass der Videobeweis dadurch so viel Schaden nehmen wird, dass eine eigentlich gute Sache, die du gut umsetzen könntest, dadurch Schaden nimmt, dass es dann abgeschafft wird. Und die dann sagen, ja, das hat nicht geklappt, habt ihr doch gesehen. Dann denke ich mir, ja klar, du darfst doch nicht saufen, wenn du das machst. Das ist wie, wenn ich zu dir sage, ja, dieses mit den Autos, das setze ich nicht durch, weil ich bin besoffen gegen einen Baum gefahren. Das kann ich auch nicht zu dir sagen. Man kann ja auch nüchtern Auto fahren, es gibt auch Leute, die gut autfahren können, deswegen kann ich die Autos ja nicht abschaffen. Und der DFB, ich habe es gefühlt, die Tendenz wird bald so sein, dass die Leute so entnervt haben, dass es den dann nicht mehr gibt. Und das fände ich blöd, weil ich es eigentlich gut finde, weil, ja, man müsste vielleicht sich über das System noch Gedanken machen, weil, es gab ja auch im Rasenfunk die Diskussion mit den Challenges, was ich zum Beispiel gut finden würde, der Max fand es jetzt nicht so gut, aber, dass du zumindest irgendwie die Möglichkeit hast, Szenen, wo du dich klar benachteiligt fühlst, einfach zu sagen, hier zweimal pro Spiel hast du so ein Ding und dann sagst du hier, ich würde es gerne nachschauen lassen. Ja, also da, da kämst du nicht. Dann hast du es halt auch nicht immer und dann hast du nicht immer dieses, weil, was ich mittlerweile habe, ehrlich gesagt, ich sage euch ganz, ich habe nach dem Dings, nach dem 1-1 von Hoffenheim, habe ich mich nicht sofort aufgeregt, ich habe irgendwie kurz die Hoffnung gehabt, dass irgendwie dann irgendwas da war. Ich habe es ja nicht genau gesehen, aber das ändert schon, dieses Ding zu denken, okay, ich weiß gar nicht genau, wann guckt dieser Videoschiedsrichter, da schaut er sich immer alles an und wenn der Schiri was falsch macht, sagt er ihm Bescheid oder muss der Schiedsrichter auf den zugehen oder wie oder wie oder wie oder wie und am Ende bricht es Chaos aus, weil keiner mehr weiß, weil du kannst jetzt anfangen, wir führen jetzt eigentlich eine doppelte Diskussion. Wir haben a, immer die Diskussion über die normalen Entscheidungen gehabt und jetzt haben wir Diskussionen über Entscheidungen sowieso, weil es gibt ja auch strittige Entscheidungen, wo sie nicht alle einig sind und dann hast du die Diskussion doppelt, ja, wenn der Schiri es nicht sieht, dann muss es der doch sehen. Das habe ich jetzt auch, ehrlich gesagt, ich habe eigentlich das Gefühl, dass mehr Gerechtigkeit da sein müsste, Angst, dass sie eigentlich nicht da ist, weil ich mich zum Beispiel als Fußballfan viel mehr aufrege, wenn ich sehen würde, da ist eine Fehlentscheidung getroffen worden, über die ich mich sowieso schon aufrege und jemand schaut sich das am Fernsehen an und macht es nochmal falsch. Da rast sich ja doppelt, die Wut auf die Fehlentscheidung wird ja so viel, viel größer. Ja, das stimmt. Stell dir vor, du bist Köln-Fan, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll. Ich würde denken, oh Gott sei Dank, guck mal, du bist Köln-Fan, schaust das Spiel am Fernsehen an, dann siehst du, okay, da wird ja gar nicht getroffen den Videoschiedsrichter an. Da würde ich völlig erleichtert schon sein, da würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr dran denken. Auf einmal sagt er, ja gut, der hat es gegeben. Da würde ich den Wald stehen, da würde ich gar nicht wissen, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Ja, ist es auch. Also wir halten fest, wir nominieren, haben eine Hörernominierung von Axel und haben den Video Assistant Referee. Dann haben wir fünf nominiert für die Woche. Liste ist wieder ordentlich voll. So, dann kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du was? Ja, ich würde das Interview mit Boateng, es sind glaube ich sogar zwei Interviews im Film, wo er sich über den Rassismus, den er erlebt hat, äußert. Da sind schon teilweise kuriose Anekdoten dabei, die einen echt trotzdem verzweifeln lassen, weil man irgendwie das Gefühl hatte, dass es trotzdem, gut jetzt in letzter Zeit nicht mehr, aber man hat ja irgendwie, ich hier zumindest in Frankfurt hatte nie das Gefühl, dass es so, dass es immer so ausgeht, ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, aber wenn er zum Beispiel erzählt, dass er im Supermarkt war, und einer alten Dame irgendwas vom Regal geholt hat, wo sie nicht rankamen und die hat sich vom Mitarbeiter da was Neues holen lassen. Da fällt mir nichts ein. Da fällt mir nichts ein. Finde aber gut, dass er das ein bisschen prominent platziert gerade, war so das Gefühl. Also er spricht in vielen, vielen Kanälen drüber. Was auch gut ist, ehrlich gesagt, weil er jemand ist, der das geil transportieren kann, weil er halt ein cooler Typ ist, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass er viele, viele junge Leute auch erreicht, die dann hoffentlich 30 Mal nachdenken, ob die so ein Bullshit machen, ehrlich gesagt. Er ist auf jeden Fall, ich finde er trotzdem, er hört sich jetzt blöd an, aber der ist auf jeden Fall jemand mit Street Credibility. Also ich glaube, dass es besser ist, wenn so eine Person sich zu dem Thema äußert, weil er diese Leute, die das Thema betrifft, die draußen auf der Straße sind oder die im täglichen Umgang, besser beurteilen können, als wenn du irgendeinen Beauftragten schickst, der irgendwie den Leuten das so erklären soll, den du dann gar nicht ernst nehmen kannst. Also ich finde es immer bei solchen Themen, jetzt nicht nur was Rassismus und was auch Gewalt betrifft, finde ich es immer besser, wenn du mit Leuten sprichst, die damit zu tun hatten. Und er ist da jemand, glaube ich, der da aus dem Nähkästchen plaudern kann und der seine Position dafür auch ausnutzt, dass er das prominent platzieren kann. Das finde ich gut, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich das Interview empfehlen. Es war, glaube ich, ursprünglich, habe ich es, glaube ich, in der Neuen Presse gelesen. Kann es sein? Ich muss nochmal schauen. Schicke ich dir dann. Ich habe es schon. Das ist in diesem, bei jetzt, das ist irgendwie so dieses, dieses Jugendmagazin von der, von der Süddeutschen. Da habe ich das gesehen. Da war das mit drin. Ja. Wichtig fand ich auch so seinen Satz, angesprochen auf die, auf diese Gauland-Aussage zu seinem Bruder, wo er, wie ich fand, ganz richtig gesagt hat, dass jemand sowas sagen kann und quasi immer noch unbeschadet zu Wort kommen kann und ständig, egal wo er was sagt, immer ein Mikro und eine Kamera findet. Das darf es halt einfach nicht mehr geben. Ja. Also, dass du solchen Menschen immer noch eine Bühne bietest, da läuft was ganz anderes hier falsch. Läuft es auch, ehrlich gesagt. Wenn du schon siehst, dass eine Partei wie die FDP genau auch solche Taktiken für wahrscheinlich anwenden will, zu sagen, okay, wir probieren jetzt ein bisschen am rechten Rand, das ist übel. Hast du die Reaktion dann da mitgekriegt? Was meinst du? Da gab es ja einmal, gab es ja diesen, diesen Fail, den sie sich geleistet haben, dass sie ja in dem Bild, was sie auf Google geprostet haben, siehst, das ist das Datum von drei Monaten. Also gab es nicht auch diese Aussage, wobei ich jetzt auch gerade nicht mit Sicherheit weiß, ob das echt ist oder ob das nur einer konstruiert hat, wo Gauland irgendwie gesagt hat, muss von wegen, ja, das ist ja schön, aber es original sind immer noch wir. Hat er gesagt? Ja, aber ich habe ehrlich gesagt, ich weiß, ich bin auch jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr in dem Thema drin, finde diese Debatte, die gerade stattfindet, ein bisschen aufgeheizt mit, dass es alle auf die FDP einschlagen und dies und das und da würde ich gerne erstmal ein bisschen, die sollen erstmal ein bisschen Luft daraus nehmen und das sachlich bitte diskutieren und einigermaßen regierungsfähig werden, aber was ich jetzt einfach so hier von meiner Couch her als Analyse bieten könnte, ist wahrscheinlich, als ich vermute, ehrlich gesagt, dass die FDP auf Neuwahlen hofft und hofft, dass diejenigen, die jetzt die AfD gewählt haben, sie jetzt wählen, weil die mitgekriegt haben, dass sie in den Behandlung... Das wird ganz anders daraus gehen, es werden noch mehr Leute würden am Ende des Tages die AfD wählen, weil das genau alle, die bisher sich vielleicht aus gewissen Gründen nicht gewählt haben, genau darin bestätigt, dass es da doch ein guter Grund wäre, sie zu wählen. Das geht exakt in die andere Richtung. Ich glaube, dass der Denkprozess, den die sich vielleicht erhoffen, derjenige ist, dass wenn du siehst, okay, die FDP ist irgendwie hartnäckig in solchen Themen wie, was war das, Obergrenze und so ein Bullshit, dass quasi die, die AfD gewählt haben, sehen, okay, die AfD wird es wahrscheinlich, die schafft es eh nicht, weil keiner mit denen koalieren will und wenn ich jemanden im Bundestag haben will, der meine Ansichten einigermaßen vertritt, will ich halt die FDP bei der Neuwahlen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die FDP einen ähnlichen Effekt sich erhofft, ehrlich gesagt, zu sagen, okay, die Leute haben vielleicht gesehen, es bringt nichts, AfD zu wählen, weil die zerfleischen sich sowieso, die haben sich auch schon wieder aufgelöst, teilt. Das finde ich übel, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl habe, die Kampagne von denen ist eh schon so durchgestylt und wenn jemand so durchgestylte Sachen macht, kann er, glaube ich, auch ganz gut irgendwelche Umfragen analysieren, zu sagen, okay, was wollen die Leute und es gibt leider auch viele dumme Leute und wenn so eine Agentur wie die FDP, von der FDP dann quasi eine Kampagne steuern würde, die Richtung rechts geht und diese diffusen Ängste aufgreifen würde, könnte das übel werden. Ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, ich verstehe es gar nicht, das ist so nervig, das ist so wie so ein, das ist so ein Thema, wo du wusstest, okay, das ist immer noch präsent und da muss man immer wieder gegen Ankämpfen, aber ich hätte niemals gedacht, niemals, dass es nochmal so populär wird, ehrlich gesagt, weil ich es auch nicht verstehen kann, ich verstehe nicht, wie Leute, du hast ja das Gefühl, dass es so ein bisschen, das geht jetzt auch wieder zu tief und das wahrscheinlich auch, hakt meine Argumentation nach an gewissen Stellen, aber du hast das Gefühl, die Leute sind unzufrieden, weil die Geldverteilung ungerecht ist, die Reichen haben immer mehr und der Kapitalismus zieht seine Kreise und die Leute sind enttäuscht, aber ganz ehrlich, wenn uns das von rechts um die Ohren fliegt, wäre das schon übel, weil ich denken würde, wenn die Leute das wirklich fühlen, da würde ich eher, ich persönlich, wenn ich so, da würde ich eher links wählen, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl hätte, okay, die verteilen es dann wenigstens gerecht, zumindest erzählen sie mir das, finde ich aber übel, wenn nur auch gerade sowas in Polen und so los ist. Ja, das scheint, das scheint irgendwie so ein Trend zu sein gerade, das ist leider das, was mir am meisten anscheint. Ich wäre ja in der Tat für so eine Minderheitsregierung, weil es bedeuten müsste, dass man endlich mal über Themen vernünftig diskutiert und mit guten Themen irgendwie regiert am Ende des Tages. Da war es wieder, das durfte ich nach laut Chat schon nicht mehr sagen. Das Problem dabei ist halt einfach nur, das wird keiner machen, weil im schlechtesten Fall wird Merkel dann zur Bundeskanzlerin gewählt, weil sie Stimmen von der AfD bekommt und die Story zu verkaufen, die ist halt auch schwierig. Ja, also gut, aber wir waren ja glaube ich gar nicht so sehr bei Politik, weil wir waren ja eigentlich so mehr die Fußballrichtung und wollten hier über Empfehlungen sprechen. Also du empfiehlst das Interview von Boateng zum Thema Rassismus. Ich fand es auch extrem gut. Ich packe den Link in die Shownotes, was ich ebenfalls in die Shownotes packe, weil es ist jetzt Cyber Week auf Amazon. Ich habe da schon viel zu viel Geld gelassen in den ersten zwei Tagen. Deswegen empfehle ich euch unseren Affiliate-Link, damit sich unser Portemonnaie wieder erfüllt, damit ich da weiterhin Geld lassen kann. Nein, Sportballseite. Da darf ich jetzt auch meine Wunschliste von 390 empfehlen. Da ist das Wrestling-Spiel runtergesetzt worden. Kauft mir das zu Weihnachten. Grüße. Genau, also ihr könntet über den Affiliate-Link das Geschenk für Basti kaufen. Dann haben wir da beide was von. Das wäre hervorragend. Das wäre hervorragend. Jetzt haben wir uns mal alleine gelassen. Genau, machen wir das hier quasi weiter. Also wir empfehlen Bastis Wunschliste und kauft über unseren Affiliate-Link. Und wenn wir schon beim Thema Wrestling sind, ich empfehle die Aufzeichnung der Survivor Series von gestern. Vorgestern. da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Hast du noch nicht geschaut? Ich habe schon geschaut. Du hast schon geschaut. Warum du es empfiehlst? Weil ich es gut fand. Warum sollte ich? Ich fand es gut. Ja. Also ein paar Sachen waren... Ich bin nur ein bisschen unentschlossen irgendwie. Ich bin noch nicht ganz sicher, was... Aber gut, ich habe Raw auch nicht ganz fertig geschaut. Da habe ich nur die Zusammenfassung gesehen, das fand ich aber auch recht spannend. Okay, da darfst du jetzt nicht drüber reden, aber Survivor Series... Soll ich dir nicht sagen, wer am Ende den Titel gewonnen hat? Du sollst mir gar nicht sagen. Ich weiß, dass ich mich nicht habe. Ich konnte nicht verhindern, mich zu spoilern, dass Paige wieder aufgetaucht ist. Das wusste ich aber eh schon. Ich hätte sie eigentlich bei der Survivor Series erwartet. Ich... Ja, aber es gibt einen Titelwechsel. Ja, das sollst du mir doch nicht erzielen. Ja, du weißt ja nicht wer. Ja, ich hoffe nicht, dass der Mist seinen Titel verlor hat. Ich sage, egal. Hör jetzt auf. Hör jetzt auf. Also ich fand... Bleiben wir doch mal bei das Survivor Series. Ich fand, dass AJ Styles Brock Lesnar endlich mal zu einem guten Match bewegt hat. Das war ganz ehrlich. Gott sei Dank. Ich fand, Brock Lesnar ist schon so ein bisschen mobbelig geworden, oder? Ja, ja, aber das ist halt einfach im Endeffekt Brock Lesnar einfach ein Dinosaurier. Das ist eine Maschine. Ey, ganz ehrlich, wenn der vor mir steht, der kann nicht gleich mit dem kleinen Finger alle Knochen bringen. Aber das, also mal ganz ehrlich, von der Storyline, wie der Kampf ausgehen würde, das war doch klar, bevor der... Das ist auch genau, deswegen fand ich es auch so blöd. Weil ich wusste, okay, die werden niemals vor dem Main Event werden die es entscheiden. Nee. Das stand 3-2 und also weißt du was, das ist genau das, was du sagst. Ja, das war sehr berechtbar. Das war einfach blöd gemacht, man konnte damit Rechner-Styles verlieren. Aber ich will es trotzdem nicht so auf dem Brot serviert haben, dieses 0-2-3-2-3-3-1. Also das war ja, das war ja nicht mal ein Brot, sondern die haben dir ja, die haben das Brot auf ein Holzbrett gelegt und dann haben dir das Holzbrett auf den Kopf gehauen. Ja, das hat mich da schon ein bisschen geärgert. Dann war mir, gut, ich weiß nicht, wo es jetzt genau hin wird, aber dass Triple H so stark dargestellt wird, hat mich auch nicht so begeistert. Aber nichtsdestotrotz hat es schon recht, es war ein guter Event, die Matches waren kurzweilig, die New Day hat schon wieder geliefert, die haben jetzt glaube ich schon fünf Kandidaten für den Match des Jahres zumindest bei NRW. Also das Einstiegsmatch zwischen The Shield und New Day, das fand ich echt überragend. Das war der perfekte Einstieg in diese Geschichte. Danach flachte es in der Tat so ein bisschen ab. Die Offensichtlichkeit, wie das Match Lesnar gegen Styles ausgeht, war sehr klar. Trotzdem fand ich, war das Match etwas, was du dir durchaus gut angucken konntest. Also die hätten das ja auch so nach drei Sekunden irgendwie, Lesnar rennt einmal über Styles drüber, haut einen Eimer auf die Matte und dann ist das Thema durch. Aber sie haben es ja wenigstens versucht, auch nochmal mit so ein bisschen, ja, mit so ein bisschen Flair und Style durchzuziehen, sodass du dir das Ding halt auch wirklich angucken konntest. Da war ja schon so ein bisschen hin und her, ja. Auch wenn du eigentlich immer wusstest, wie das Ding ausgeht. Ja. Ja, war okay. Ja gut, du hast schon recht. Das war ja im Grunde genommen, ich hab mir halt so, ich hab, warum ich so ein bisschen enttäuscht war, weil ich hab mir einen Schocker irgendwie erwartet, weißt du? Also so ein... Ja, den haben sie ja versucht, so am Ende zu, zu machen mit diesem, mit diesem Triple H und, äh, Strowman, ja, aber das war so ein bisschen sperrig irgendwie. Das war aber zu lange, also weißt du? Und, na gut. Ja, die, wir müssen ja schauen. Die Reaktion von Strowman hätte da, hätte da viel schneller irgendwie kommen müssen oder hätte... Schneller und ein bisschen, ein bisschen mehr Impact, nicht nochmal und dann... Ja, oder halt zwischendrin einfach sagen so von wegen, mach dein Kram alleine und halt einfach aus der Arena laufen. Ja. Also da hättest du schon noch eine andere Richtung nehmen können, aber so in Summe kann man schon sagen, das ist etwas, was man sich eigentlich ganz gut... Kann man auf jeden Fall. ...angucken kann. Die Fortführung jetzt in Raw ist eigentlich auch ganz, ganz gut gemacht für so ein paar Sachen, also... Wo schaust du diese Zusammenfassung an? Auf YouTube, oder? Auf diesem YouTube. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Classic oder Classy Wrestling. Der macht immer, kurz danach so zusammengefasst, in 30 Minuten. 30 Minuten? Ja. Warte mal, da kannst du mir mal einen Link schicken, bitte. Aber whatever, sowas suche ich auch. Ich kann mir nicht immer diese drei Stunden reinklopfen. Genau, also da musst du halt gucken, der hat die auch relativ schnell wieder weg. Also morgen früh kommt da die Zusammenfassung von Smackdown. Also okay. Und dann hat er die Raw meistens dann schon weg, weil das auch so ein rechter Ding ist. Wie heißt das? Warte. Ja, ich habe hier den Link zum YouTube-Kanal. Warte mal. Kriegst du in diesem WhatsApp? Also das sind halt 30 Minuten, die kann man sich morgens irgendwie beim Frühstück und so ganz gut anschauen. In dem Fall jetzt, diesmal wird man direkt von dem Titelbild schon so ein bisschen gespoilert. Ja, ja. Da gehe ich jetzt auch nicht drauf, aber das ist gut. Vielen Dank. Ja. Also von daher, das wären so meine zwei Empfehlungen. Haben wir noch was? Ich habe sonst nichts mehr, glaube ich. Gut, dann fassen wir nochmal zusammen. In Zusammenfassung haben wir das Boateng-Interview, die Survivor Series und unseren Affiliate-Link. Vielen Dank und Grüße. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit der Folge diese Woche auch schon wieder durch. Das war jetzt gar nicht so schlimm dafür, dass die uns alle hier allein gelassen haben. Ich kann sagen, war doch kurzweilig. Genau. Grüße an uns beide. Genau, wir grüßen uns gegenseitig und selbst und grüßen alle, die da draußen live zugehört, haben wir in der Chat diskutiert, weiterhin fleißig über Politik und Kapitalismus. Da haben wir irgendwas angerichtet. Mein Gott. Timo sagt, bei Wrestling ist er raus. Ja, das ist dein Fehler. Du musst bei Wrestling erst einsteigen. Da wird es erst wieder richtig spannend. Genau. Timo soll sich bei mir melden. Genau, Timo melde dich bei Basti. Ihr macht Tibet-Fahnen. Wir hängen das auf. Ich habe noch Tapet und Spray-Dose dahin. Ja, dann brauchst du aber noch Tibet-Fahne. Das besorgen mich schon. Alles klar. Gut, dann haben Timo und Basti einen Plan fürs Wochenende. Alle anderen, denen wünschen wir eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende, ein schönes Heimspiel und hoffentlich Punkte für uns gegen Leverkusen. Und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.